So, Alex, moin moin, Folge 24 Shisha-Cast, let's go. Marvin, servus, ich hoffe dir geht's gut. Ja, kann mich nicht beschweren, ich bin froh, dass ich heute nicht zum Sport musste, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich war auch nicht so böse drum, muss ich sagen, heute wäre Beintag gewesen und da habe ich gesagt, ach komm. Leider ist er aber dazwischen gekommen, ist doof gelaufen. Geht leider nicht. Leider, man kennt ihn. Ja, Jungs und Mädels, willkommen bei der nächsten Folge Shisha-Cast. Wie ein Uhrwerk läuft das Ding hier an? Mal gucken, wie lange. Noch läuft's, okay. Noch läuft's. Wir loben Besserung. Ich glaube, genau so habe ich das schon mal gesagt. Ja, nicht nur einmal. Nicht nur einmal. Nee, aber wir haben es ja beim letzten Mal schon erzählt, wir haben jetzt ein bisschen Hilfe von Basti, der den Podcast für uns produziert und da übrigens auch einen sehr nice Job macht. Ja, auch was Instagram angeht, das macht ja auch Basti im Hintergrund und so die Kleinigkeiten, so mit den Teasern und so weiter, finde ich schon sehr, sehr nachvoll. Also an der Stelle, Basti, wenn du gerade am Schneiden und Hochladen und Bearbeiten von diesem Shisha-Cast bist, Grüße gehen raus. Ich glaube, ich spreche für Alex und mich, wenn ich sage, wir sind da sehr, sehr happy, wie das anläuft. Ja, wir haben wieder einige Real-Life-Themen, die zum Teil aktuell sind, zum Teil aber auch schon ein bisschen hinten dran liegen, weil wir haben ja immer noch ein bisschen was aufzuholen. Wir hatten da ja doch eine kleine Pause und diese Pause gilt es natürlich auszugleichen. Das heißt, wir erzählen euch ein bisschen, was war und ich glaube, ein paar neue Themen haben wir auch dieses Mal schon wieder mit dabei. Und ja, so richtig, also top aktuell sind wir dann wieder in der nächsten Folge. Yes. Und dann können wir wieder richtig rein starten. Aber wie gewohnt fangen wir erstmal den Setups an. Marvin, was hast du dir denn Schönes angemacht? Ich habe schon gesehen, du hast dir was angemacht, was du länger nicht am Start hattest. War schon ein leichter Staubfilm auf der Bowl drauf. Und eventuell musste ich die eben nochmal abwaschen, ja. Ich stand eben vorm Regal und habe so überlegt, okay, was nimmst du? Und hatte schon fast die Case in der Hand, weil ich auch die viel zu lange nicht mehr geraucht habe. Und dann hast du gesagt, ja, wie wäre es denn mal wieder mit der Skytech? Und da dachte ich mir, stimmt, die habe ich auch sehr lange nicht mehr geraucht. Deswegen habe ich mir auch genau die geschnappt. Bei mir gibt es die Skytech auf der Neolux Bowl. Obendrauf ein Oblacus Stone Funnel, Onmo HMD obendrauf und drinnen habe ich den Blarry von Must Have. Ja, genau. Gemischt noch mit dem bald erscheinenden Bärenmix von Fuck Your Life. Und bei dir, was gibt es da? Bei mir gibt es die Stimulation Pro X Mini in schwarz gehalten. Und obendrauf habe ich den Wandenberg V1 mit dem AO HMD. Und bei mir wird geraucht Team Orange von Must Have. Auch einen neuen Flavor zusammen mit dem neuen, also überarbeitenden Fuck Your Life Traumminze. Und etwas Squeeze Move. Das klingt doch auch sehr, sehr lecker. Ja, und wie immer nach den Setups erstmal so Real Life mäßig. Alex, was ging so ab? Ja, ich versuche das gerade im Hintergrund zu fixen. Unsere Shownotes haben sich gerade dezent aufgehängt beim Versuch, die nochmal abzuspeichern. Ich hätte es einfach lassen sollen. Aber wir hatten noch die Shownotes von 25 auf, weil wir drehen heute ja gleich zwei Folgen. Ah, stimmt. Und ich wollte gerade auf die Shownotes von Episode 24 gehen. Und irgendwie hat sich Notepad Plus Plus gerade gedacht, nee Bruder, ist nicht. Deswegen gucke ich, dass ich jetzt schnellstmöglich so die Episoden 24 Shownotes wieder aufkriege. Aber ich glaube, ich muss das... Ja, das sieht sehr nach... Es hängt sich auf, aus. Ich muss das einmal killen. So, da sind die Shownotes. Ja, Alex, was ging so im Real Life im Februar? Im Februar? Ja, wir sind ja beim Thema Februar. Ja, es ging eigentlich gar nicht mal so viel, muss ich sagen. Also, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, das ist jetzt so dieser typische Smalltalk-Einstieg. Das Wetter in Deutschland ist ja mal anders wild. Also, ich fühle den Punkt mit, ist schon weird, über das Wetter zu reden, aber ich finde, wir hatten ja wirklich eine kleine Ausnahmesituation, was Wetter angeht, weil es war ja wirklich absolut beschissen. Also, von Norddeutsch, Jetstream hat sich verschoben und dadurch wurde der Sturm über Norddeutschland reingedrückt und es war wirklich in ganz Deutschland einfach zwei, drei Tage so unglaublich windig, immer nur grau, andauernd am Regen, also wirklich absolut ekelhaftes Wetter die letzten Tage. Er teilt noch Schnee, Regen und Tage, das war anders. Von daher kann ich es verstehen, dass du heute mit dem Wetter einsteigst, weil es war wirklich absolut nervig. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war, aber ich bin ins Fitnessstudio reingelaufen und die Welt war eigentlich wirklich in Ordnung und ich komme raus, alles ist dunkel, also normal hätte es noch nicht dunkel sein sollen, es war alles dunkel, es hat geregnet ohne Ende und der Regen ist praktisch schon komplett quer geflogen, weil auch noch 5000 kmh Wind waren, mindestens. Genau die Story von dir hatte ich auch gerade im Kopf, als ich mit dem Thema eingestiegen bin. Bei mir war es auch ähnlich und zwar, wenn ich bei mir im Zimmer rauche, habe ich eigentlich immer mindestens ein Fenster offen. So, wenn meine Freundin da ist, die sitzt direkt hinter dem Fenster, also hinter so einem Schrägfenster, das heißt, ich mache dann natürlich bei mir das Fenster auf, weil Frauen frieren halt schneller mal, das können wahrscheinlich einige relaten. Safe, safe. Frauen immer auch so 30 Grad, erstmal Zeit für eine Kuscheldecke, Digga. Immer. Auf jeden Fall habe ich dann über mir einfach das Dachfenster aufgemacht, bin dann irgendwann schlafen gegangen, habe vergessen, das Dachfenster zuzumachen. So, irgendwann in der Nacht. Aufgewacht, weil es dir auf dem Kopf geregnet hat, oder was? Ey, ich bin aufgeschreckt, weil es so gehagelt hat und das Dachfenster war einfach noch offen. Vom Hagel wachgeschlossen. Aber ballert es dann da rein? Ne, das Dachfenster ist über der Couch, wo ich Pfeife rauche und das Bett ist halt nebendran, also ich werde nicht nass, aber ich habe es halt gehört und nur gemerkt, wie es auf die Couch, oh Junge, das war Schreckmoment des Todes, aufgesprungen aus dem Bett, Dachfenster zugemacht, das ist um 5 Uhr morgens. Ich wurde heute auch sehr unsanft geweckt. Heute? Ja, ich war auch irgendwie total verklatscht. Normal wache ich entspannt auf. Ich hatte sogar letztens eine Phase, wo ich mir wirklich anderthalb Wochen keinen Wecker gestellt habe. Ich habe einfach gesagt, ich gebe meinem Körper jetzt mal, weil ich echt am Arsch war davor, ich gebe meinem Körper jetzt den Schlaf, den er braucht. Was er will, soll er sich holen. Und dann ist das so. Und dann muss ich halt gucken, wie lange ich arbeite. Da habe ich halt Glück, bin ja komplett selbstbestimmt in der Selbstständigkeit. Heißt dann halt auch, dass ich manchmal bis 9, 10, 11 Uhr abends gearbeitet habe, auch wenn kein Stream war. Aber ich habe richtig geil ausgeschlafen und das hat echt gut getan, die anderthalb Wochen. Ja, nee, das könnte ich nicht. Also ich würde sonst zu lange schlafen. Ja gut, also ich sage mal, selbst wenn ich mir keinen Wecker stelle, ist eigentlich spätestens um 11 Schluss. Ja, nee, also das wird bei mir nicht funktionieren. Okay, würdest du dann einfach bis 3 Uhr schlafen oder was? Also ich würde dir versichern, dass ich bis 1 Uhr durchpennen könnte, ja. So von, was mein Körper halt sagt. Deswegen, also ich habe mir eigentlich, ich störe mir jeden Tag einen Wecker. Aber auch da, von der Arbeit her, auch eine Überleitung, weil wir haben ja gestern noch eine Runde TFT gespielt. Und da saßen wir am Ende auch um halb drei, glaube ich. Ich glaube, du musst erst mal sagen, was TFT überhaupt ist. Was TFT ist, das Ganze ist Teamfight Tactics, ist von Riot Games, in LoL, ein... Also League of Legends. League of Legends. Leech of Legends. Hör mir bitte auf. Du hast mir das letztes erzählt und da war im Discord, dann haut das auch jemand raus und dachte, ich habe das noch nie gehört, habe ich dir davor gesagt. Es sagen so viele Leute, es triggert mich jedes Mal. Guckst du eigentlich auch die Champions-Leech? Ja, auf jeden Fall. Und die Bundes-Leecher? Guckst du das auch? Ja. Also ich fronte da einfach jeden für, bis ich das ausgewertet habe in ganz Deutschland, dass die Leute Leech of Legends sagen. Ja, das ist echt... Schlimm. Schlimm. Aber genau, TFT ist halt ein... Auto-Chess-Spiel. Also automatisches... Was ist denn Auto-Chess, Alex? Also auf Deutsch übersetzt, automatisches Schach, kann man so sagen. Du hast im Endeffekt verschiedene Figuren, die du auf einem Brett aufstellen kannst. Und Sinn dahinter ist eigentlich nur die Taktik, wie du dein Team zusammenstellst. Und im Kampf, in Anführungszeichen, machst du gar nichts mehr. Also die Units... Also du steuerst deine Figuren im Kampf selber nicht. Genau. Die Augen stehen eigentlich nur zu, wie die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Genau. So sieht's aus. Also, um euch nochmal abzuholen, der Alex hatte das immer mal wieder in der Story und ich hab das immer mal wieder gesehen und ich wollte das auch zocken und ich hab ja daheim keinen PC mehr. Also ich hab natürlich mein MacBook, aber MacBook ist zwar hervorragend zum Arbeiten, aber natürlich scheiße zum Zocken. Wobei, League of Legends, TFT, funktioniert tatsächlich auch auf dem Laptop, aber was für mich viel, viel cooler ist, das läuft auch auf dem Handy und vor allem auch auf dem iPad. Das heißt, ich kann mich einfach mit meinem iPad auf die Couch setzen und kann da ein bisschen mit dir TFT zocken oder auch mal eine Runde alleine. Genau. Und TFT, um es nochmal grob zu erklären, man sucht sich eben diese Figuren aus, die bestimmte Eigenschaften haben. Wenn man davon die richtigen Figuren kombiniert, dann bringen diese Eigenschaften sogar noch mehr. Man kriegt jede Runde eine gewisse Anzahl an Gold, mit der kann man dann immer aus einer zufällig ausgelosten Auswahl von fünf Champions, das sind diese Figuren, dann eben weitere kaufen und so musst du dann eben gucken, dass du Runde für Runde das Beste, Team auf das Brett stellst, was du eben hast. Und dann hast du Leben und dann kämpfst du gegen einen von sieben anderen Leuten, die in der Lobby sind und ja, wer dann keine Leben mehr hat, ist raus und dann ist Last Man Standing und der hat gewonnen. Und ist tatsächlich sehr, sehr funny. Also am Anfang ist das krasse Überforderung, muss ich sagen, vor allem für mich, der das letzte Mal LOL vorgefühlt acht Jahren gespielt hat. Ja. Wenn du die Figuren nicht kennst, für dich ist es klar, dass, weiß ich nicht, ein Blitzcrank eher vorne steht und eher tanky ist. Ja. Und weiß ich nicht, ein Israel, der steht eher hinten und ballert von da los. Und ich wusste das einfach alles gar nicht mehr. So, das war halt ein bisschen schwierig. Da kam es auch zu einigen Kommunikationsschwierigkeiten zu tun, als wir zusammen gespielt haben. Ja. Wisst ihr, wir spielen so eine Runde zusammen und der Alex einfach so, äh, ja, der Israel, der muss nach hinten. Und ich so, Digga, ich weiß nicht, wer Israel ist, beschreib mir das anders. Und dann kommt so, ja, der Typ mit dem Schwert in der Hand oder so. Ja. So, der Typ vorne rechts mit dem Schwert, der muss nach hinten. Und dann beim nächsten Mal wieder, ja, deine Seraphine, die muss nach hinten. Und ich so, was für ein Ding? Was ist ein Seraphine, Junge? Ich weiß das nicht. Ja, passiert. Ja, passiert. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und wir haben gestern und vorgestern Nacht gezockt und wir haben in beiden Runden einen Win geholt. Ja. Auch wenn ich davor alleine hart aus dem Aul bekommen habe. Ich hab davor auch alleine hart aus dem Aul bekommen, also macht dir keine Sorgen. Also halten wir einmal wieder fest, als Team sind wir super. Yes. Einzelne Scheiße. Ja, obwohl ich hab's ja wieder geschafft, auf Diamond zu kommen. Also da hab ich wieder gecrindet. Ich verrate meinen Rang jetzt nicht. Es ist der drittschlechteste, den es gibt. Oder? Ich bin Iron 2. Und es gibt noch 3 und 4. Nee, Iron. Achso, Iron ist das Schlechteste. Ja. Aber dann gibt's ja noch Iron 1, 2, 3, 4 und 4 ist das Schlechteste. Ja, genau. Also ich bin in der schlechtesten Rubrik auf dem drittschlechtesten Abschnitt. Ja. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, ich war so, ich hab das Spiel zum ersten Mal gestartet und hab so den Alex gefragt, soll ich eigentlich Ranked spielen oder Normal? Und Alex so, ja, nur Ranked macht eigentlich Spaß, da geht's dann wenigstens um was. Und danach haben Freunde mir so erzählt, Digga, du hättest niemals Ranked spielen sollen, jetzt bist du direkt komplett beschissen eingestuft, hättest du erst mal 20 Spiele auf Normal gemacht und dann Ranked, wärst du vielleicht direkt, weiß ich nicht, Silber 2, 3, 3 reingekommen. Aber Normal macht ja keinen Spaß. Also da sehe ich halt... Für mich ist das noch genau dasselbe Spiel, also... Nee. Nee. Das ist ganz anders. Bei Ranked geht's dir übrigens um was. Da hast du Ansporn, dass du gewinnst. Verstehe. Weißt du, wo es auch um alles ging? Oh, die Überleitung ist dann wieder anders. Natürlich, direkt richtig rein starten hier. Der Alex war letztens bei mir, wir haben noch ein bisschen Pfeife geraucht und da war das Ereignis des Jahrzehnts. Ein Leben, ein Kampf auf Leben und Leben oder so. Nee, ein paar YouTuber, wer war's alles? KS Freak, Apporette. Und Leon Marchère und Standardskill. Genau, und die haben in einem YouTube-Livestream, in einem Boxkampf gegeneinander gekämpft und wenn es um Qualitätsfernsehen und auch Live-Übertragungen im Internet geht, dann sind Alex und ich zur Stelle. Und deswegen haben wir uns das natürlich reingezogen. Na gut, also wir müssen erstmal dazu sagen, ich war um 8 Uhr bei dir oder sowas und wir haben uns das um 12 Uhr reingezogen. Also davor liefen noch einige andere Kämpfe und wir saßen auf der Couch, haben mal reingestellt, und dachten so, okay, wann kommt das denn so ungefähr? Und dann hieß das so, ja, das ist der dritte Kampf, die kommen als letztes. Ja, was haben wir eigentlich in der Zwischenzeit gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben eigentlich immer irgendwelche random Stuff geguckt, aber eigentlich haben wir nur gequatscht und Pfeife geraucht. Und dann haben wir immer zwischendrin mal wieder in den Boxkampf geguckt, um zu wissen, ob die jetzt schon anfangen oder nicht. Haben sie dann auch irgendwann, aber relativ spät. Ja, und dann hatten wir natürlich eine Priorität, dass Leon Marchère ordentlich aufs Maul kriegt. Das hat er auch, ihm wurde sogar eine Rippe gebrochen. Das fand ich so krass, ne? Du meinst, oh, das tut uns aber leid für den Leon. Ja, natürlich. Da haben wir aber tiefe, tiefe Anteilnahme. Naja. Ne, genau, Leon hat verloren. Wer hat nochmal bei den anderen verloren? Äh, KS-Streak, ApoRed hat gewonnen. Ja. Aber bei, also KS-Streak gegen ApoRed, das sah schon eher aus wie ein richtiger Boxkampf, also so, dass wirklich auch taktisch gekämpft wurde. Ja. Und war dann am Ende auch ein Rundensieg, meine ich. Also das war kein taktisches K.O. oder sowas. Und bei Leon Marchère gegen Standardskill war wirklich hart aufs Maul. Also Standardskill, der der Gong kam und er ist erstmal direkt reingerannt. Der ist wirklich reingerannt. Richtig reingeditet. Aber man muss auch noch dazu sagen, so sehr wie Standardskill reingerannt ist, so sehr ist Leon weggerannt. Das stimmt. Der ist eigentlich dauerhaft im Kreis weggerannt vor Standardskill. Also das war schon, weiß ich nicht. Der erste Kampf war, selbst für einen Boxkampf ganz cool. Also wir haben beide keine Ahnung von Boxen, ne? Keine Ahnung. Bei Klitschkuh geguckt oder sowas. Aber wenn man irgendwie mitkriegt, boah, krasse Boxkampf heute im Fernsehen, Junge, dann macht man das mal an. Aber so richtig verstehen wir davon auch nichts. Aber war trotzdem cool. Und der erste war echt schön anzusehen. Der zweite war dann eher so, ja, gucken wir uns mal an, wie Leon wegrennt und eine Rippe gebrochen bekommt. Also ich finde den zweiten schon lustiger. Lustiger auf jeden Fall. Ja. Ja, das haben wir uns auch noch reingezogen. Und das waren eigentlich so die Main-Events vom Februar, würde ich sagen. Es gab ja noch ein Event, was nicht so spektakulär war und zwar der Super Bowl. Ja, jetzt schmeißt du die Liste wieder durcheinander. Ja, ich wollte von Event zu Event. Ja. Wir können auch chronologisch. Ja, lass chronologisch machen. Okay. Ein Event, das tatsächlich gar nicht im Februar war, sondern noch im Januar. Das hätte eigentlich noch mit in die letzte Folge gemusst. Stimmt, ja. Aber ja, das hätte halt nicht mehr so gut gepasst, weil das ist ja... Etwas länger. Etwas länger. Das passt besser in diese Folge. Und zwar sieht man ihn für die Leute, die die Video-Version vom Podcast gucken, auch rechts von meinem Kopf, der silberne Play-Button. Wir haben es geschafft. Ich habe es ja schon in der Dezember-Folge angeschnitten. Am 24. Dezember habt ihr mir ein absolut wunder, wunder, wunderschönes Weihnachtsgeschenk bereitet. Am Heiligabend, kurz nach der Bescherung, bin ich mit meinem Bruder ins Studio gefahren, habe den Livestream angeschmissen und wir haben live miterlebt, wie wir von den 99.999 auf über 100 fucking 1000 Abonnenten switchen. Und das ist absolut geisteskrank. Und dann haben wir gewartet, dass der Play-Button kommt und da war ja noch was anderes Kleines. Ja, so ein kleines Event war da noch, ne? Genau, so ein kleines Event, der Hunderttausender Special-Stream. Ihr wisst ja, das gehört eigentlich zur Tradition bei SWG, dass bei den 25.000er Schritten ein schöner Special-Stream ansteht. Und bei den 100.000 haben wir alles gegeben. Also ich war wirklich wochenlang mit der Planung beschäftigt. Nicht nur ich, auch unglaublich viele Leute, die mir da extrem viel geholfen haben, weil alleine wäre das niemals machbar gewesen. Also man muss dazu sagen, du warst auch die letzten zwei, drei Wochen davor eigentlich gar nicht mehr ansprechbar. Also egal, über was man mit dir geredet hat, bei dir im Kopf war halt 100k schon, weil das so viel Planung und Organisation war. So ein Hin und Her, weil ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, wie es mit der Planung für die Location aussah. Habe ich schon mal in einem Stream erzählt, also können wir nochmal kurz anschneiden. Ich muss aber noch ein kleines bisschen weiter ausholen. Und zwar haben wir uns natürlich am Anfang gedacht, okay, wie können wir den letzten Stream toppen? Weil beim 75k-Stream haben wir ja hier das Studio revealed und haben dann das erste Mal aus dem Studio gestreamt. Und für den Hunderttausender-Stream wollten wir natürlich noch einen oben draufsetzen, weil der muss natürlich krasser werden als der davor. Übrigens kann ich schon mal sagen, der nächste, 125, wird wahrscheinlich relativ entspannt. Also direkt nochmal so ein Event werde ich nicht hinkriegen. Vielleicht kriegt man sowas jetzt einmal im Jahr hin oder so, aber das kann ich nicht alle 25.000er Schritte machen, weil das ist wirklich, das war so insane viel Arbeit, wie du schon gesagt hast. Ich war zwei, drei Wochen, hatte ich wirklich gar kein Leben mehr. Es gab kein anderes Thema in meinem Kopf als dauerhaft der 100k-Stream. Aber auf jeden Fall haben wir uns überlegt, was machen wir? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wenn das Corona-mäßig geht, würde ich das gerne mit Live-Publikum machen. Und das haben wir dann auch versucht umzusetzen. Da hatte ich erst die Idee, dass wir das in der Kaschimba in Rottgau machen. Eine Shisha-Bar mit zwei Räumen. Weil da hätte man in dem einen Raum streamen können und in dem anderen hätten halt wirklich Gäste in der Shisha-Bar sein können, die da live dabei sind. Das hat dann leider nicht geklappt, weil wir da keinen Termin gefunden haben. Also ich hätte irgendwie einen Termin im Kaschimba für Mai haben können, glaube ich. Das wäre halt zu spät gewesen. Das wäre viel zu spät gewesen. Und deswegen war Kaschimba dann relativ schnell leider kein Thema mehr, auch wenn es von der Location her übel cool gewesen wäre. Und dann hattest du aber tatsächlich eine sehr geile Idee, als wir zu dritt hier noch mit Mo im Studio gesessen haben. Eigentlich eher so eine Fun-Idee, die doch relativ schnell ernst genommen wurde. Und zwar habe ich gemeint, ja, lasst es doch einfach im E-Office machen. Die haben genug Platz. Die haben eine gute Raumaufteilung, was das angeht. Und dann warst du, glaube ich, zwei Tage später direkt mit Mo im Office, um das auch mit Pascal und Philipp, den CEOs, abzuklären. Natürlich auch zu gucken, wie könnte man das organisieren. Passt das Internet, was natürlich auch super wichtig ist. Ja, geradezu essentiell. Ja, und dann ging es direkt los mit der Planung. Ja, und dann haben wir das gemacht. Dann hat sich Team Aeon bereit erklärt, dass wir die Räumlichkeiten mieten können. Wir haben natürlich einen absolut übertriebenen Mietpreis angesetzt. Also das hat mich fast in den Bankrott getrieben. Ein Euro. Ja, das ist schon hart. Der symbolische ein Euro, damit der Vertrag rechtskräftig ist. Nee, also dicker Kuss an der Stelle auch nochmal ans Aeon-Team. Achso, weißt du, was wir vergessen haben? Was haben wir vergessen? Werbung. Werbung. Dieser Podcast enthält Werbung. Ja. Vielleicht muss Basti das noch einmal an den Anfang schneiden. Ja, ist wichtig. Müssen wir halt leider immer dazu sein. Müssen wir es eigentlich einmal so aufnehmen und dann jedes Mal vorne reinschneiden. Ja, ist echt so. Wir brauchen einfach so einen Button auf dem Soundboard. Eigentlich schon. Genau, also keine Werbung für Aeon an der Stelle. Da gibt es keinerlei Abmachungen, die dadurch jetzt entstanden sind. Aber die Jungs haben sich eben bereit erklärt, dass wir den 100k-Stream bei denen streamen dürfen. Und dann ging es los mit der Planung. Was brauchen wir an Technik? Wie machen wir das mit den Live-Zuschauern? Wo sitzen die? Was trinken die? Was essen die? Was rauchen die? Und dann habe ich geguckt, dass wir eine Tabak-Tasting-Ecke haben. Dann habe ich geguckt, dass wir einen Foodtruck haben. Dann habe ich geguckt, dass wir 4-Brow-Ice-T haben. Dann habe ich geguckt, dass wir die Bänke kriegen. Dann habe ich geguckt, dass wir noch Getränke normale bekommen. Also nicht nur Eisteel, sondern auch Wasser, Fanta, Cola und sowas. Und habe das alles eingekauft. Und dann war natürlich die Frage, ja gut, wenn da so viel dranhängt. Allein der Foodtruck hat fast 2.000 Euro gekostet. Ich glaube, ich habe es zusammengerechnet. Ich hätte jedes Ticket, glaube ich, 55 oder 60 Euro teuer machen müssen, um auf Null rauszukommen. Aber das wollte ich nicht. Das war mir ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich dann gesagt, 35 Euro pro Ticket. Da habe ich zwar fast einen 20-Verlust oder mehr als einen 20-Verlust pro Ticket gemacht. Gut, es kamen natürlich auch noch Subs rein und Donations rein und Mitglieder auf YouTube und sowas. Also das hat sich irgendwo am Ende wieder ausgeglichen. Aber das sind ja keine fixen Kosten, mit denen du rechnen kannst. Genau. Fixe Einnahmen. Ja, genau. Kannst du nicht mit rechnen. Aber ich wollte auch nicht, dass jeder, der da kommt, irgendwie Unmengen an Geld bezahlen muss. Ich wollte einfach nur, dass das ein geiles Event für die Community wird. Ja, und dann haben wir knapp 60 Karten ungefähr verkauft. Das waren natürlich auch noch Blogger eingeladen, VIP-Gäste, Hersteller, die vorbeigekommen sind und, 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 und. Und, ne, zum Beispiel kamen dann Holster vorbei und haben noch Socken und Matten und sowas verteilt. Und ganz viele andere Leute, die auch noch coolen, coolen Stuff dabei hatten. Und dann hatten wir da ungefähr, weiß nicht, wie viele Leute waren wohl da insgesamt, so 90 würde ich sagen. Ja, das kommt gut hin. Mit Bloggern, Herstellern, Stream-Gästen, Leute, die am Stream beteiligt sind. Vom Aeon-Team waren einige Jungs da. Und dann ging's los. Dann sind wir freitags hin und haben aufgebaut. Relativ lange. Ich glaube, ich war dann so eins zu Hause, haben wir noch einen Kopf geraucht. Dann war es drei. Dann kurz gepennt. Dann wieder hin, weiter aufgebaut. Alles ready gemacht. Einlass gemacht. Und dann, samstags um zwölf Uhr, ging's mit meinem Co-Host Alex los. Yes. Auch nochmal danke, Herstell, dass ich als Co-Host agieren durfte. Danke, dass du das mitgemacht hast. Zwölf Stunden lang an einem Samstag ist schon heavy. Ich muss ja schon vorher sagen, so am Anfang dachte ich so, ja, das geht super easy. Ich hab da richtig Bock drauf. Und dann war, hab ich mit Mo mal geredet. Und er meinte so, ja gut, du weißt schon, die normalen Streams, weil ich meinte so, die normalen Streams gehen ja eigentlich auch. Also, ich krieg das schon irgendwie hin. Aber die sind halt ein Viertel. Und genau, und er meinte halt, ja, du weißt schon, das sind halt so zwei bis drei Stunden vielleicht. Und das sind zwölf Stunden am Stück. Ja. Und ich so, oh shit. Ich mein, gerade, wir waren, also erstmal der Stream war dann voller Erfolg. Ja. Wir hatten 2G plus und aber sogar irgendwie 2G plus plus. Also, es war nur geimpft, genesen, geboostert und getestet. Also, jeder musste sich nochmal offiziell testen lassen. Genau, an der offiziellen Teststelle getestet. Weil, wenn du da 100 Leute in den geschlossenen Raum steckst und die rauchen alle, hatte ich echt keinen Bock, dass das irgendwie eine Corona-Spreader-Party wird. Ja. Meinungen über Impfung und so mal komplett dahingestellt. Aber es sollte sich jeder testen und auch nur geimpfte Leute, damit das irgendwie so sicher ist, wie es irgendwie geht in der aktuellen Zeit. Und das betrifft natürlich, hatten nicht nur die Zuschauer, also die Gäste betroffen, sondern es hat wirklich das komplette Team. Jeder. Also, wir haben uns vorher getestet. Die kompletten, alle Stream-Gäste, alle B2B-Leute. Jeder hat vorher noch einen Test gemacht, dass wirklich alles so safe wie möglich ist. Genau. Einfach jeder. Und da muss ich auch dazu sagen, hatte ich im Nachhinein wirklich Angst. Ich habe dann jeden Tag in meine Corona-Warn-App geguckt und habe gedacht, ja gut, wann springst du jetzt auf Rot? Nichts. Keiner hatte danach irgendwie sich angesteckt. Es hatten alle einen Test dabei. Es hat super gut funktioniert. Und das bei einem Event mit 100 Leuten. Und das war ja noch auf den Peak-Zeiten von Corona. Also die Phase, wo es wirklich geisteskrank in Deutschland gerade abging. Im Moment ist er wieder so ein bisschen am Abflachen. Aber da war es noch heftig. Und sogar das lief wirklich unglaublich gut. Also, der Stream war ein voller Erfolg. Ich glaube, für die Leute, die da waren, war es cool. Am Anfang stand halt ein bisschen viel Rauch da. Dann war es ein bisschen kalt, wenn man mal durchlüften musste. Es war halt, irgendein Tod musste sterben. Entweder steht da halt der Rauch oder es ist halt ein bisschen kalt, weil du lüftest. Aber das kennt auch eigentlich jeder von daheim im Moment, glaube ich. Das größte Problem, in Anführungszeichen, war halt, du hast ja keine Fenster gehabt, die du lüften konntest. Sondern du, wenn du gelüftet hast, hast du halt das Tor aufgemacht. Und das war halt, ist halt ein bisschen mehr lüften als zu Hause. Aber ist auf jeden Fall auch richtig so. Ja, musste halt sein. Irgendwas muss man halt machen. Ja. Und so war das. Und dann haben wir da zwölf Stunden gesessen mit ganz vielen Gästen. Kriegen wir alle aufgezählt, die da waren. Ich glaube schon. Flo, Yannik, Ali, Kinga, Shisha-Mudi, Cengiz. Nee, Cengiz konnte leider nicht, weil seine Frau noch Corona-positiv war. David, Swizzy. Ja. Und ich glaube, ich habe alle, oder? Moe noch halt. Moe war noch da, genau. Und ich glaube, das war es, ja. Ja. Und dann haben wir immer so phasenweise das gemacht. Ich überlege, war in der zweiten Runde nicht noch jemand? Swizzy, Dürrlitz? Nee, ich glaube, da waren wir zu viert. Ach doch, stimmt. Das wäre die Runde gewesen, wo Cengiz theoretisch noch dabei gewesen wäre. Ja, ja, doch. Und da war sozusagen dann ein Platz frei. Genau. Und dann hatten wir viele Gäste, mit denen wir gequatscht haben. Wir hatten wieder massenweise Gewinnspiele. Da muss ich auch sagen, sorry an alle, die immer noch auf ihren Gewinn warten. Das waren halt über 100 Gewinnspiele, ne? Und bei ein paar Sachen muss ich dann halt nochmal nachfragen. Und das dauert dann halt bei so vielen Leuten leider ein bisschen länger. Ja, vor allem da auch wieder. Bis die ganze Liste fertig war und so weiter. Das hat halt wirklich lange gedauert. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Das ist halt natürlich schade, dass man dann mal irgendwie sechs bis acht Wochen auf seinen Gewinn warten muss. Am Ende des Tages kriegt ihr aber eine kostenlose Pfeife. Und ja, ist halt leider so. Bei so einem Riesenevent geht das halt nicht wie bei einem Insta-Gewinnspiel mit drei Pfeifen gerade mal in der Woche durch. Und vor allem muss man halt auch dazu sagen, bei extrem vielen Gewinnen war ja der Fall, dass die Leute sich selber noch ein Set aussuchen konnten, als die freie Wahl hatten bei verschiedenen Farbgebungen und so weiter. Da ist ja auch nochmal ein bisschen mehr Kommunikationsaufwand nötig, als jetzt bei einem Insta-Gewinnspiel, wo du drei fertige Pfeifen hast und einfach sagst, ja, Adresse, raus, fertig. Ja, genau. Und dann, weiß ich nicht, hat der eine nochmal dazu eine Frage und der andere nochmal dazu eine Frage und dann verzögert sich das alles, weil du kannst ja dann auch nicht, sagen wir mal Beispiel, Ocean hat zehn KFS gegeben. Du kannst ja dann auch nicht die ersten drei losschicken, zwei Tage später wieder zwei rüberschicken, nochmal eine Woche später wieder zwei nachschicken. Du musst dann einmal die Liste fertig machen und die dann an Ocean geben. Und deswegen müssen da halt dann leider mitgehangen, mitgefangen, alle ein bisschen warten, bis sozusagen die Liste für Ocean komplett fertig ist und dann geht das Ganze an Ocean. Und je nachdem, wie viel dann bei Ocean im Tagesgeschäft los ist, also wie gesagt, Ocean jetzt nur ein Beispiel, je nachdem, wie viel bei Hersteller XY dann gerade los ist, muss der sich halt auch erstmal um sein Tagesgeschäft kümmern und dann die kostenlos zur Verfügung gestellten Pfeifen rausschicken. Und dann geht auch mal irgendwo einer unter, weil bei so einer Liste mit 100 Leuten bleibt das leider nicht aus. Aber im Notfall schreibt ihr mir einfach auf Instagram nochmal Name, Adresse, Username, E-Mail und den Gewinn und dann kann ich das nochmal in der Liste überprüfen, ob das weitergegeben wurde und so weiter. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst das gar nicht schreiben, wenn ihr nicht gewonnen habt, dass ihr da eine Pfeife bekommen solltet. Ja, wir haben eine Liste. Also wer da nicht drin steht, den blocke ich direkt weg. Genau, wo einfach gegen geprüft wird. Ja. Ich wollte nur dazu sagen, es gibt immer Spezialisten. Ja, aber nicht unter unseren ehrenvollen Shisha-Cast-Hörern. Nee, da überhaupt nicht. Nee, safe nicht. Niemals. Ja, aber selbst wenn das irgendjemand probiert hat und das haben schon Leute probiert, dann werden die weggeblockt und ja, fick dich. Ja, es ist einfach ehrenlos, sowas zu probieren. Ja, aber für mich war das auf jeden Fall ein unglaublich cooles Event, das mir wirklich den letzten Nerv geraubt hat, bis das alles stand. Das war wirklich geisteskrank. Ich habe auch danach wirklich zwei Tage in Folge, glaube ich, mindestens zwölf Stunden geschlafen. Und ich war sonntags wirklich zu nichts zu gebrauchen. Überhaupt nicht. Ich habe mich gefühlt wie ein Kater. Ja. Es war schlimmer. Also als ob ich wirklich gesoffen hätte des Übergrauns. Als ob ich so viel gesoffen habe, wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ich lag den ganzen Tag nur auf der Couch rum. Ich war teilweise zu faul, um nach der Fernbedienung zu greifen und überhaupt nochmal ein anderes Video anzumachen. und habe dann so drei Stunden YouTube-Autoplay durchgeguckt. Ich war teilweise zuvor, mir eine Pfeife fertig zu machen. Ja, ich auch. Ich lag so auf der Couch und dachte so, eigentlich müsste ich mir schon eine Pfeife fertig machen und die andere noch sauber machen von vorgestern. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mir irgendwie eine andere Pfeife geschnappt und habe die angemacht. Ja, da war ich auch wirklich mies am Arsch. Da muss man noch dazu sagen, ich bin Samstag in Relation sogar relativ früh gefahren. Also nach dem Streamen natürlich noch kurz da gewesen, mit den Leuten gequatscht, mit den Gästen noch gequatscht, bis dann so der Hauptteil weg war. Und ich bin dann auch relativ früh verschwunden. Aber du warst ja wirklich sogar noch da. Ihr habt noch eine Pfeife geraucht, wo ich dann so gesagt habe, oh Gott, also meine Heimfahrt war schon kritisch, muss ich sagen, weil Bad Homburg ist schon eine gute halbe Stunde, die ich nach Hause fahre. Und da war ich dann auch echt froh, als ich zu Hause ankam und mich einfach nur auf die Couch legen konnte. Also ich muss dazu sagen, dass das halt nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mich nach dem Streamen auf die Rückbank gelegt und wäre sofort eingeschlafen. Aber dann sind da halt, weiß ich nicht, Swizzy, der aus der Schweiz kommt, Dölitz, der aus Berlin kommt und so viele andere Leute, die hunderte Kilometer gefahren sind, um bei dem Event dabei zu sein. Und dann wirst du so gefragt, rauchen wir noch einen Kopf? Und du denkst so, fuck my life, ich will nicht schlafen. Aber du willst dann halt auch nicht den Leuten sagen, nee, ich verpiss mich jetzt. Ich habe jetzt genug von euch. Tschüss. Ja, ich verstehe dich vollkommen, aber bei mir war es wirklich so, wenn ich noch, du bist ja nicht mehr alleine gefahren. Ja, zum Glück. Ich habe mich auch ins Auto gesetzt und Also ich saß auch im Auto und ich habe dann noch meine Freundin angerufen, weil ich Angst hatte, dass ich dann wirklich noch auf der Fahrt so, 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 äh, kurz hier Sekundenschlaf habe. Weil ich war wirklich komplett dead. aber, äh, was man auch dazu sagen muss, du hattest auch was sehr, sehr Geiles organisiert für den 100K-Stream. Eine Pfeife. Oh ja, stimmt. Stimmt. Die, äh, 100.000 Abonnenten SWG X Aeon. Eine Aeon, die wir komplett umdesignt haben. Also im Grunde ist es einfach eine Aeon Edition 4, aber wir haben eine eigene Bowl gemacht, wo dann so, die war komplett mattschwarz beschichtet und hatte hinten aber zum Beispiel einen Cutout für den Wasserstand und der Wasserstand wurde angegeben mit den Aboschritten. Also von 0 über 25K, 50K, 75K bis zu den 100K. Ähm, wir haben eine Costume-Invert-Säule gemacht und ich hab, äh, allen, die wirklich eng am Stream beteiligt waren, ähm, noch einen Costume-Kohleteller gemacht. Wo dann nochmal SWG X Aeon und nochmal der Name von demjenigen da drauf stand. Ja. Fand ich auch eine sehr krasse Idee. Also auch als, als du da relativ früh am Anfang des Streams damit reinkamst und ich die ausgepackt hab, ich war schon echt geflasht, muss ich sagen. Das war auch so ein Ding, was noch so unglaublich viel Arbeit gekostet hat und da auch nochmal ein dickes Danke an Mo, der da wirklich richtig Gas gegeben hat, dass das Ding stand. Und da muss man auch dazu sagen, dass wir es einfach geschafft haben. Also wir haben die Pfeife online gestellt, äh, 30 Stück haben wir gemacht. Ja. Wir haben die Pfeife online gestellt und in dem Moment, wo die online kam, war einfach der komplette Aeon-Server tot und wir hatten sogar Überbestellung. Ja. Dann haben wir aber gesagt, gut, für die paar Überbestellungen, die wollen wir jetzt eigentlich nicht stornieren und haben gesagt, dann, wenn die Leute wollen, dann müssen sie halt warten, dann produzieren wir noch ein paar nach. Also es gibt jetzt ein paar mehr als 30. Wir haben das sogar sehr demokratisch gemacht und haben das noch im Chat abgestimmt, glaube ich. Wir haben noch extra Absturungen gemacht, ob die Leute dann wirklich die Überverkäufe noch haben wollen oder nicht. Und ja, aber wirklich sehr, sehr krasses Ding. Also man muss zu den Überverkäufen halt noch sagen, dass die Leute dann praktisch schon bezahlt haben, weil Paypal, die Bezahlungsmethode, Methode Paypal, kam im Shop einfach nicht hinterher. Das heißt, es waren so viele Leute, dass mehrere Leute teilweise gleichzeitig auf den Paypal-Button gedrückt haben und beide bezahlen konnten und beide eine Bestell- und eine Bezahlbestätigung bekommen haben. So, und dann dachte ich mir so, boah, das wäre schon übel unangenehm, wenn jetzt Leute, die schon die Bestellbestätigung im Postfach haben, auf einmal so eine Mail kriegen, so ja, sorry, ist nicht. Dann dachten wir, ja gut, komm, dann machen wir die paar nach, aber dann müssen die Leute halt auch warten, weil wir hatten ja natürlich nicht mehr, wir haben ja nur 30 gemacht. Beziehungsweise hatten wir, zwei über, falls irgendwas ist. Und davon habe eine ich und eine hat Moe. Ja. Ja, aber war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bin sehr froh, dass das alles so gut geklappt hat. Ja, ich auch. Also ich war auch echt, also du hattest ja wirklich die meisten Angst, dass technisch irgendwas nicht funktioniert und da auch alles super funktioniert. Auch da muss ich mal sagen, was Wenki da aufgefahren hat. Das ist ja geisteskrank gewesen. Wenki ist einfach der fucking Streammaster. Das ist so hart gewesen. Also als wir ankamen und der da mit diesen riesen Boxen in die Halle gefahren ist das. Einfach ein kompletter Hänger voll mit Equipment. Ja. Das war schon echt. Also ich glaube, das ganze Setter, was wir da so stehen hatten, wird wahrscheinlich gut 50, 60, 70.000 Euro gekostet haben. Ja. Allein so ein Mikro, die Mikros, die wir anhatten, kostet mit Sender und so 1.000 Euro. So krass. Und davon hatten wir vier. Nur die Mikros. Noch nicht mal mit Empfänger. Der Empfänger kostet dann irgendwie nochmal 1.000 Euro. Und da gehen zwei Mikros dran. Also brauchst du auch wieder zwei. Das war übrigens eine der größten Erleichterungen, als das Stream vorbei war, dieses Mikro abzunehmen. Ja. Was es am Ohr so hart genervt hat irgendwann. Also die DPA-Mikes, das sind diese Ohrenbügel, die man halt auch aus dem Fernsehen kennt. Die sind schon unglaublich praktisch. Aber halt eher, wenn du mal zwei, drei Stunden irgendwie so ein Mikro brauchst oder das zwischendrin mal eine halbe Stunde ausziehen kannst. Was bei uns halt nicht der Fall war. Und nach irgendwie zehn Stunden hat sich dieser Drahtbügel irgendwann in deinen Kopf reingearbeitet. Und dann saßt du wirklich dauerhaft da und bist da so mit dem Finger drunter und wieder ein bisschen verschoben und so. Ja. Aber gut. Wer halt einen guten Stream haben will, der muss leiden. Und allein so diese Möglichkeit zu haben, wirklich nicht hier an einem Mikro zu sitzen oder eins in der Hand halten zu müssen. Es war so eine Erleichterung auch im Stream. Du konntest einfach alles machen und musst dir keine Sorgen über Sound machen. Das war es schon. Du hattest einfach immer dein Mikro am Mund. Du hattest die Hände frei. Du hattest Bewegungsfreiheit, weil die natürlich auf Funkstrecke sind. Und das war schon sehr, sehr geil. Ja. Und das war so der krönende Abschluss und der krönende Start ins Jahr für mich. Also der krönende Abschluss für den Januar dieses Jahr und der krönende Start ins Jahr. Aber es gab auch noch ein anderes sehr cooles Event, was dann war. Genau. Und zwar das Shisha Winterland, organisiert von der Shisha-Messe. Aber ich will da ein bisschen weiter ausholen. Und zwar habe ich mir gedacht, Shisha Winterland, das hat stattgefunden im Center Park im Allgäu. Und beim Allgäu da unten eine Stunde weiter weg sitzt Tukas Quiz und da sitzt Shisha World. So, und da habe ich den Flo gefragt, weil der war auch eingeladen zum Shisha Winterland und ob wir nicht mal rüberfahren wollten, weil wir hatten es eh mal vor, Max zu besuchen. Und ich habe Max schon angekündigt, so hier, ich bin da und da im Allgäu, lass das doch irgendwie koppeln. Ich komme bei dir vorbei, penne dann eine Nacht da und fahre dann direkt weiter. Aber gesagt, ja gut, wollte ich doch eigentlich nach dem Planern. Das ist keine unnötige Fahrt, ist nicht irgendwie vier Stunden hin, vier Stunden zurück, nur für einen Besuch ein bisschen quatschen. Und Flo hat dann noch vorgeschlagen, ja lass doch Shisha World noch mit verbinden. Dann sind wir zwei Tage, glaube ich, früher losgefahren ins Shisha World Headquarter nach Landsberg und sehr, sehr lieb entfangen worden. Also die Leute da, alle super nett. Sargon das erste Mal kennengelernt, also Sargon, einen der Geschäftsführer. Ach krass, du kanntest Sargon vorher gar nicht? Persönlich noch nie getroffen. Also natürlich immer über Calls und so weiter. Also ich war ja mit Sargon schon Unterwäsche kaufen in Dubai, ne? Und fast Karaoke gesungen. Ja, aber ich konnte ihn leider nicht überreden. Das habe ich mir auch noch vorgehalten, muss ich sagen. Richtig so. Das müssen wir ihn auch jedes Mal wieder wissen lassen, bis er irgendwann mal mit uns Karaoke singt. Ja, er hat es mir gemeint, der hätte getanzt, aber nicht gesungen. Das stimmt, ja. Aber ich wollte singen. Ja. Also, kurzer Recap, wir sind aus Versehen in Dubai in der russischen Karaoke Bar gelandet und ich wollte dann unbedingt was singen. Wir hatten auch den ein oder anderen Whisky Sour drin und ich war dann übel motiviert, in dieser russischen Karaoke Bar in Dubai irgendeinen Song zu singen und wollte die ganze Zeit jemanden motivieren, weil alleine wollte ich auch nicht. Da wollte ich die ganze Zeit Sargon überreden, aber er hat sich tapfer gehalten und abgelehnt. Ja, schade eigentlich. Also, das hätte ich gerne gesehen, muss ich sagen. Sehr schade. Ja, auf jeden Fall sind wir angekommen. Alles super nett und eigentlich, also muss ich noch davor erzählen, eigentlich war mit Sagen angesprochen, wir essen abends noch was. Also, so hat er kommuniziert. Das heißt, Föder und ich, wie schlau wir sind, dachten so eine Stunde vor Landsberg, wir fahren nochmal beim BK raus und essen noch was zum Mittag. Jeder so zwei Burger reingezogen, kommen wir da an und eine Mitarbeiterin, das ist die Sophie. Das ist eine sehr nette Frau, die aber für uns Frühstück und Mittagessen eigentlich vorbereitet hat. Frühstück sogar? Ja. Wann seid ihr denn angekommen? Wir sind angekommen um elf ungefähr. Ah, okay. Und dann war noch Brunch geplant. Eigentlich schon, sie hat sich, sie hat noch gemeint, also wir saßen mit Sagan im Office und Sagan schon so richtig hämisch zu ihr, ja, die Jungs waren gerade noch bei BK und ich sage dir, wenn Plicke töten könnten, weil sie meint dann so, ja, ich bin extra um fünf aufgestanden. Um fünf? Und sie hat dann, wir sind dann irgendwann in die Lounge bei Shisha World gegangen. Also, sie haben extra noch einen Lounge für uns vorbereitet. Die arme Frau ist um fünf aufgestanden, hatten die so, erst mal einen Burger King Burger, ja? Das war Sagan schuld. Unsere Ausgangslage war, wir essen abends was zusammen. Ja, okay, dann hätte ich auch mittags was gegessen. Ja, genau, klar. Und dann kommen wir in diese Lounge rein und sie hat wirklich alles vorbereitet von so kleinen Häppchen, so diese Brotstangen mit Schinken über Käseplatte. Oh nein, die arme Frau, ey. Über so Joghurtbecher mit Früchten, alles vorbereitet. Flo und ich sitze da völlig vollgefressen vom BK. Gerade noch zwei BK reingeballert. Und sagen sie, es tut uns voll leid, aber wir haben halt keinen Hunger. Oh, die arme Frau, Alter. Hättest du mir geschrieben, ich wäre in dem Moment losgefahren, um zur Hilfe zu allen. Naja, das hat mir schon echt leid getan. Die haben auch extra wirklich, die haben so eine, ist ein dreistöckiges Gebäude. Ganz oben sitzen die Office von Geschäftsführung, Vertrieb und so weiter. Und im zweiten, also unten ist Lager und der Shop. Und im zweiten Stock sind auch noch ein paar Office, also ein paar Büros, aber auch so eine kleine Lounge eigentlich. Also so eigentlich geplant für die Mittagspause mit Dachterrasse und so. Geil. Ja, also sehr, sehr cool. Und die haben das extra noch für uns hergerechnet, ein bisschen ausführlicher hingestellt, mit ein paar mehr Sitzplätzen. Ihr habt abends sogar noch von da gestreamt, ne? War da gestreamt? Ja, irgendwann habt ihr da gestreamt. Nee, das war bei Squeeze schon. Das war am nächsten Tag. Nee, da war doch Saga mit dabei. Ja, der kam auch zu Max. Ah, okay. Genau, also an dem Tag bei Shisha World haben wir dann in der Lounge gesessen und haben dann ein paar Pfeifen geraucht, ein bisschen gequatscht. Was ich sagen muss, ich finde, die Gespräche waren sehr, sehr cool, weil du einfach mal komplett andere Insights bekommst. Also gerade so, du kennst das ja, wenn du mit anführungsvollständigen normalen Leuten über die Shisha-Szene redest, dann gibst du meistens Input und kriegst aber relativ wenig Input. Und da kriegst du mal komplett andere Sachen erzählt, andere Sichtweisen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Wir haben da wirklich sechs, sieben Stunden gesessen, einfach nur gequatscht. Krass. Und irgendwann zu Abend gegessen, hat die Sophie einfach noch für uns Nudeln mit Gambas gemacht. Alles komplett frisch. Also das war echt krass. Wir wurden super bekocht. Das wäre der Punkt, wo ich weggerannt wäre, aber ich fühle das, dass das für viele Leute ein Festessen ist. Und danach wollten wir eigentlich den Abend noch ausklingen lassen. Haben dann uns noch irgendwie so um halb zwölf, haben uns noch eine Pfeifchen angemacht, haben gesagt, komm, letzter Kopf, hier noch ein Köpfchen gebaut, rauchen den so. Und in der Lounge hängt eigentlich ein Rauchmelder oben. Wir hatten den ganzen Tag die Tür offen gehabt. Die Frage ist, ist der gekoppelt? Wir hatten eigentlich die Tür offen gehabt und da war den ganzen Tag nichts. Also es ist, wie gesagt, sechs, sieben, acht Stunden lang Pfeife geraucht, nichts passiert. So, man saß mit mir am letzten Kopf. Keiner hat auf irgendwie Lüftung geachtet. Die Tür war fast komplett zu, kein Fenster offen. Der Rauch stand schon gut drin. Ich habe schon gedacht, okay, ist schon ganz schön verraucht hier. Aber keinen großen Gedanken verschwendet an den Rauchmelder. Sollen wir so, ui, Rauch und weiter geht es. Ja, genau. Und irgendwann fängt es einfach höllig an zu piepsen. Also es war ein komplett anderes Level an Lautstärke. Also ich hatte danach auch wirklich einen halben Tinnitus. Puh, so krank. Das war echt hart. Und der ist gekoppelt. Ah, perfekt. Der ist in die Feuerwehr gekoppelt. Das heißt, wir haben erst mal den Feueralarm im Shisha World Headquarter ausgelöst. Und gleichzeitig den Notrufcall in der Feuerwehrzentrale. Das heißt, du musst dir vorstellen, wir sitzen da. Alle springen auf. Sargon rennt raus mit dem Handy, weil der da schnell anrufen wollte. Der musste natürlich da anrufen. Hat erst mal keinen erreicht. Ah, ist ja auch entspannt, wenn man bei der Feuerwehr keinen erreicht. Ja, super, ne? Vielleicht hatten die da gerade einen kleinen Notfall, der reinkam. Und wir stehen schon so draußen auf der Terrasse und gucken so, ob wir irgendwo Blaulicht sehen. Und alle völlig voller Adrenalin, alle hektisch. Was macht Flo? Macht erst mal einen TikTok. Der Junge, der Junge. Also, Wansch war Flo. What the fuck? Und fragt noch so... Ey, geil, Feuerallarm. TikTok, let's go. Und fragt, sage noch so, eine Story kann ich schon machen, oder? Alles für den Content. Alles für den Content. Und sage natürlich komplett im Kopf ganz woanders. Verständlicherweise. Weil der andere Geschäftsführer, wo eigentlich der Anruf dann kommen würde, in Dubai gesessen hat. Das heißt, zwei Stunden, glaube ich, später als du. Drei. Drei. Das heißt, um drei, vier Uhr nachts wahrscheinlich schon geschlafen hat. Oh, Junge. Und dann so, brennt's bei euch? Er wurde zum Glück nicht angerufen, weil Sagan hat dann tatsächlich noch irgendwie nach fünf Minuten jemanden erreicht. Und hat dann trotzdem auf einen anderen Rückruf gewartet von der Alarmanlage, weil er nicht wusste, ob er den ausstellen darf. Weil es da anscheinend schon mal irgendwie Komplikationen gab. Und das heißt, wir saßen dann da in der Lounge alleine im Shisha-World, haben Pfeife geraucht. Mit Mega-Alarm? Mit Mega-Alarm. 20 Minuten lang, bis wir dann irgendwann ausgemacht haben. Es kam zum Glück keine Feuerwehr. Weil er aber jemanden erreicht hat. Ja, weil er jemanden erreicht hat. Und musste man das dann trotzdem bezahlen? Oder ist das dann okay? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da würde ich aber mal nachfragen. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ja, wahrscheinlich einfach dieses Thema abhaken. Ja, aber das war schon ein Erlebnis. Und dann... War ein Erlebnis? Ja gut, also ich kann nicht behaupten, dass ich jeden Tag mit Feueralarm an gerade eine Pfeife rauche mit fünf anderen Leuten. Nicht? Ne. Ah. Also obwohl, das ist ja zwei Tage später nochmal passiert, da kommen wir gleich nochmal zu. Man hätte auch einfach aus der Situation lernen können, aber... Just saying. Natürlich nicht. Ja. Na, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann ins Hotel gefahren, haben uns dann hingelegt und am nächsten Tag stand Hucka Squeez an. Max von Hucka Squeez auch eine der nettesten Personen und coolsten Personen, die ich kenne. Ich habe ihn noch nicht oft getroffen, aber ich habe ihn zum Beispiel vor, boah, mittlerweile wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Jahren, vielleicht sogar drei Jahren auf dem Winterweihnachtsmarkt von Hucka In in Köln. Ach krass, ja. Da habe ich ihn zum Beispiel persönlich kennengelernt und davor haben wir uns, glaube ich, mal auf irgendeiner Messe gesehen. Aber ich freue mich auch immer, wenn ich Max sehe. Ja, Max. Er ist einfach so ein herzenslieber Mensch, mit dem kannst du immer über alles mögliche lachen und einfach immer Good Times. Ja, das macht immer Spaß mit dem. Haben wir ihn noch besucht, da stehen ja auch einige Produktneuheiten an. Zum Beispiel wird Squeez bald in Tubenform geben, also nicht mehr in den Döschen mit dem Spatula, wo du das Ganze in den Kopf machst, sondern auch wirklich in Tuben, wo dann der Aufwand auch ein bisschen weniger ist, was ja, glaube ich, von vielen der Grund ist, warum sie Squeez nicht benutzen. Und dann wirklich einfach in der Tube ein bisschen rumdrücken, ab in den Kopf und fertig. Das haben wir da getestet. Natürlich noch ein paar andere Prototypen, die anstehen. Und ansonsten auch einfach eine coole Zeit gehabt, sehr, sehr viel gequatscht über alles Mögliche. Und abends kam dann nochmal der Sargon vorbei, hat uns auch nochmal besucht, weil ich glaube, Luftlinie von Hooker Squeez zu Shisha Worlds sind 500 Meter, wenn überhaupt, was ich auch krass finde. Ja, dann kam der Sargon nochmal vorbei, haben dann auch nochmal ein Pfeifchen geraucht und dann, wie ich es gerade schon angekündigt habe, haben wir nochmal live gestreamt. Also Flo und ich haben beide einen Stream angeschmissen. Auf Instagram haben wir noch ein bisschen mit den Leuten gesprochen, haben einen neuen Niklas von Shisha-Wald-Würzburg noch mit reingenommen, haben da noch ein bisschen Quatsch gemacht und ja, haben den Abend dann auch ganz gemütlich ausklingen lassen und haben es da auch nicht zu spät gemacht, weil am nächsten Tag natürlich das Shisha-Winterland anstand, weil er trotzdem nochmal eine Stunde fahrt und ja, das heißt dann irgendwann um elf, zwölf sind wir Richtung Hotel gefahren, weil wir am nächsten Morgen eh noch auschecken mussten und am nächsten Tag ging es dann relativ früh los, sind Flo und ich aufgestanden, haben dann, dadurch, dass aber Check-In erst nachmittags war, was wir ein bisschen verpeilt haben, haben wir dann noch einen guten Morgenkopf bei Shisha-Wald geraubt und sind dann ganz gemütlich um eins, glaube ich, aus Landsberg los Richtung Allgäu. Da war dann das Shisha-Winterland von der Shisha-Messe im Center Park. Hatten wir erstmal ein paar Problemchen damit einzuschecken, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war. Nee, gar nicht. Weil die Frau, die hat nicht verstanden, dass wir da einen Business-Termin haben, sondern die wollte uns zur normalen Rezeption durchleiten. Also das Gleiche, was im Endeffekt zwischen sie passiert ist. Da war dann zum Glück noch, ich glaube, Sarah angerufen. Die hat uns dann gesagt, wo wir hin müssen, zum Glück. Und ja, waren, glaube ich, auch mit die Ersten, die da waren. Ich sollte eigentlich gleichzeitig mit euch ankommen, aber ich hatte 40 Minuten Stau. Also sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg war Verkehr echt scheiße, leider. Aber gut, kannst du nichts machen. Nee, ich meine, bei dir war es typischerweise mal wieder A3, ne? Ja, da kannst du eigentlich nichts anderes erwarten. Ja. Es war auch, ähm, ich greif mal ganz kurz vor zu einer anderen Story, und zwar, wir waren ja noch letztens mal mehrer, kommen wir nochmal wann anders zu. Auf jeden Fall, äh, war eigentlich an dem gleichen Tag, ähm, meine Freundin zum Tanzen in Frankfurt. Und sie ist schon ein bisschen später losgekommen, weil sie noch, ähm, Uni hatte. Mhm. und wäre eigentlich fünf Minuten später gekommen. Okay. Und sie schreibt mir so, hier, ich stehe gerade, A3 im Stau, kannst du mal bitte gucken? Und ich mache so Google Maps auf, guck rein, einfach erst mal 30 Minuten mehr. Ah, perfekt. Also Hälfte der Tanzstunde einfach lost. Ja, gut, dann kannst du auch umdrehen. Ist sie umgedreht? Nee, sie ist noch hin, weil sie zwei Kurse hatte. Ah, okay. Es ging zum Glück noch länger, aber das war halt trotzdem schon so, halbe Stunde auf der A3 im Stau stehen, gibt, gibt Schöneres. Gibt wirklich Schöneres, ja. Ja, auf jeden Fall. Gibt aber auch Schlimmeres. Ich habe schon deutlich länger auf der A3 gestanden. Auf jeden Fall, ähm, sind wir dann angekommen, haben dann erst mal uns ganz dreist, äh, sind wir über den Gehweg gefahren, haben uns da irgendwo an die Seite gestellt. Weiß auch nicht, ob das so ganz konform war am Ende. Ich glaube nicht, aber ich habe, das haben ja am Anfang alle so gemacht und ich habe da eure Autos alle stehen sehen und ich dachte so, ja, dann wird das wohl okay. Also ich hatte ja, ich hatte ja kaum eine Ahnung von dem, was abgeht und habe dann einfach nachgemacht, was die anderen gemacht haben in der Hoffnung, dass das halt schon so passt. Ja genau, also Serhat auch gesagt, kommt da hin und da sind wir da hingefahren. Ja. Es war über den Gehweg, aber wir sind da hingefahren. Ja. Ja gut, passt man halt ein bisschen auf, ne? Ja. Es ist ja nicht mal was passiert oder so, um Gottes Willen. Eben. Ja. Ja, ich bin eigentlich auch schön früh losgefahren, sodass ich ganz entspannt mit euch hätte ankommen sollen. Dann hatte ich leider, wie gesagt, die 40 Minuten Stau auf der A3, aber ja, bin dann trotzdem noch, also 15 Uhr war ja Anreise und ich glaube, ich war um 14.40 Uhr oder sowas da. Also auch noch sehr, sehr gut in der Zeit und bin dann auch dahin. Dann sind wir alle zur Sera, haben uns da unsere Bändchen geholt und dann Schlüssel für unseren Golf-Card, den wir bekommen haben. Es war super cool, aber es war viel zu kalt dafür. Ja, ja, ja. Also an sich sind die Dinger übel geil, aber es ist halt nicht geil, wenn es minus zwei Grad sind, da so rumzufahren. Und ich hatte auch irgendwie nicht erwartet, dass es so kalt ist und hatte keine richtige Winterjacke dabei. Das war äußerst dumm, kann man einfach so sagen. Ja, und dann sind wir in unserem Bungalow, sehr, sehr schöner Bungalow. Also diese Riesen-Bungalows im Center Park, Maschala. Die waren super nass. Wir hatten vier Schlafzimmer. Wir hatten eigentlich einen Zwölfer Bungalow gehabt. Also für zwölf Leute ist das eigentlich ausgelegt. Wir waren zu sechs drin. Genau, und jeder hatte ein eigenes Zimmer. Genau, es gab sechs Schlafzimmer. Es gab unten rechts zwei, beim Eingang zwei und oben zwei. Oben waren Flo und ich. Rechts war es du mit Ali. Und vorne waren Yannick und Swizzy. Ja, und super schöner Bungalow. Riesige Fensterfronten, die man aufmachen konnte. Sehr schön und modern eingerichtet. Der ganze Center Park hat auch, glaube ich, erst seit 2018 oder 2019 auf. Ja, recht neu, ja. Ja, super neu alles. Super neu alles. Alles super neu. Und dann haben wir es uns da gemütlich gemacht. Und dann lief das praktisch so ab, dass da verschiedene Hersteller waren, die auch alle in den eigenen Bungalow hatten. Und wir konnten dann zu den verschiedenen Zeitpunkten einfach zu den Herstellern hin. Also wir hatten praktisch so ein Timetable und wir hatten dann immer so halbe Stunden Slots, wo wir dann eben zu den Herstellern konnten, um uns da gewisse Sachen anzugucken. Genau, und da sind wir im Endeffekt bei der Anreise war es schon etwas kritischer, sage ich mal, weil von der Planung her war das an sich super getaktet eigentlich. Aber es waren, also wir saßen im Bungalow, haben natürlich noch ein Pfeifchen geraucht, sodass wir erst mal ankommen. Ja, also man muss ja auch erst mal ankommen und einweihen. Genau, das ist natürlich die erste Amtshandlung gewesen. Wichtig. Und dann haben wir auf den Timetable geguckt und dachten, so ja doch, gleich sogar ihn. Das passt eigentlich sehr, sehr gut. Fahr mal hin. Und dann haben wir irgendwie über drei andere gehört, ja, Ukraine ist gerade erst angekommen. Die haben noch nichts aufgebaut. Ja. Und dann war so bei uns, ja, toll. Und jetzt? Und dann sind wir am gleichen Abend aber nochmal zu Buy Candy, war glaube ich der erste Stopp. Genau, ja. Haben wir die Buy Candy-Jungs besucht, haben da auch neue Sorten probiert. Einen können wir ja schon leaken, der wurde nämlich gestern dann offiziell auf Insta angekündigt, und zwar den Grape Kiss. Ah, die Traube. Die Traube mit so einer Süßigkeiten-Note. Buy Candy, passt ja. Dass da noch so eine Süßigkeit mit dabei ist. Sehr lecker und interessanter Trauben-Flavor. Also Trauben-Flavor gibt es ja mittlerweile echt viele gute. Meine Favoriten, so Holster und der Fock Your Life, den finde ich auch extrem nice, weil er halt auch eine richtige Minze hat. Aber ich muss sagen, da kam auf dem Winterland auch noch eine Trauben-Minze dazu, den ich sehr, sehr gut fand. Darf man den schon? Also Sandro hatten im Vlog schon geteased. Ach ja, stimmt. Ja, also von daher hätte ich das jetzt einfach... Ja, dann machen wir mit. Ja, also machen wir auf jeden Fall mit. Ja, nee, bei Shades gab es nämlich auch noch eine neue Sorte. Und da gibt es einen Trauben-Minze. Der hatte noch ein bisschen viel Cooling, finde ich, aber das war ja auch nur ein Prototyp, wo er immer die Meinung hören wollte. Der war noch nicht ganz eingezogen. Ich habe die Dose, die es beim Winterland gab, habe ich mir letztens beim Emre abgeholt. Ich habe selber noch ein, zwei Köpfchen geraucht. Und der ist echt gut so, wie er ist, muss ich sagen. Also, meinem Bruder war es zum Beispiel sogar zu wenig Minze im Vergleich zum Holster. Krass. Ja. Also der war einfach noch nicht... Wie viel Minze macht dein Bruder in den Holster, den ganzen Shot? Den ganzen Shot, ja. Okay, ja. Und da hat er gemeint, das ist schon... Also ist ein guter Trauben-Minze. Zu abflexen vielleicht mal ganz gut, aber ihm ist zu wenig Minze drin. Nein, weißt du, was mein Problem ist, weil du es gerade schon wieder gesagt hast, ist ein guter Trauben-Minze. Es ist ein hervorragender Traube-Cooling, kommt aber für mich persönlich nicht an einen richtigen Trauben-Minze ran. Durch TPD brauchen wir ja ein Shot-System. Und das haben wir halt nur bei Fuck Your Life mit einer richtigen Minze und bei Holster mit dem Minze-Shot. Und die finde ich auch immer noch besser. Weil ich bin wirklich ein großer Freund von der Kombination aus Traube und Minze mit dem Minze-Geschmack und nicht nur mit leichte Kälte-Effekt. Also ich fand den schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also so vom reinen Geschmackstechnik, was ich gerne ausprobieren würde, wenn er auf dem Markt ist oder wenn ich vielleicht mal einen Durchsinn bekomme oder testen kann. Ich würde mir gerne von Lukas grießen, einen reinen Minze-Shot. Weil das ist ja wirklich nur Minze bei bei Holster ist ja noch das Kalte mit drin. Und ich glaube, das wird too much. Aber so eine reine, pure Minze einfach noch dran, ich glaube, das könnte ganz gut werden. Ja, also deswegen habe ich auch gehofft, dass von dem Cooling noch was wegkommt oder es durchs Einziehen besser wird. Weil wenn der ein fast reiner Trauben-Flavor ist mit einem kleinen bisschen Cooling, dann kannst du ja auch an die Tabak-Sorten einfach noch ein bisschen Minz-Geschmack mit dran packen. Und dann wird das Ganze noch mal viel, viel geiler. Ja. Und wenn das funktioniert, wäre das auf jeden Fall nice. Ja. Genau. Und da waren wir halt bei vielen verschiedenen Herstellern. Abends waren wir dann immer schön essen. Zwischendrin haben wir schön mit den Jungs im Bungalow gechillt und Pfeife geraucht. Wir waren zum Beispiel noch bei Fun4Four und haben dann ewig mit den Jungs Magic Tower gespielt. Wir mussten dazu sagen, wir sind da vormittags hin zu Fun4Four und eigentlich wäre noch Mittagessen gewesen dann nach unserem Timetable. Und Flo, Marv und ich saßen da so, gucken uns an und meinen so, wir können eigentlich schon eher Magic Towers zocken anstatt zum Mittagessen zu gehen, oder? Ja. Und dann haben wir da die ganze Zeit gezockt und dann sind wir irgendwie mit den Jungs auf das Thema gekommen, wie viele Tische die dabei haben und dann meinten die drei. Aber es stehen gerade nur zwei. Und dann meinten wir so, ja, hättet ihr vielleicht Bock, den dritten bei uns in den Bungalow zu stellen oder so? Und das haben die dann tatsächlich auch gemacht und dann hatten wir in unserem Bungalow einfach einen eigenen Fun4Four-Tisch und da haben wir auch samstags echt noch ewig gesessen und Magic Tower gezockt. Wir waren danach dann nach Fun4Four nämlich bei Al-Wazir gewesen, haben da nochmal mit der ganzen Gruppe eine Pfeife geraucht und irgendwann kriege ich die Nachricht so auf dem Handy, ja, wir stehen jetzt vom Bungalow. Ich gucke Marvin so an und meinte so, ja, wollen wir kurz mal rüberfahren? Dann stand wirklich der LKW da und die haben dann den Fun4Four-Tisch ausgeladen. So geil. Das war so krass. Und dann waren wir so, ja, wann wollt ihr den wieder? Ja, stellt ihn dann einfach, wenn ihr auscheckt, vor die Tür. Und wir so, okay, Digga, okay. Ja, und dann haben wir Samstag, hatten wir noch eine kleine Beach-Party. Ja, Bowlen hatten wir noch vorher. Stimmt, vorher waren wir noch Bowlen von Hukain. Genau. Und dann hatten wir die Beach-Party, sponsert bei Shades und bei Candy. Bei Candy, genau. Und genau, dann waren wir noch Bowlen, das war nice. Und dann waren wir noch bei der Beach-Party, da sind wir, das war halt im Spa-Bereich, wo halt der Pool und die Sauna und alles ist. Und wir waren halt so und wir haben sogar noch ein Paket von Shades bekommen mit einem geilen Saunatuch mit Name drauf und Logo und so. Richtig nice. Und ein kleines Handtuch, was mittlerweile mein Studio-Handtuch ist. Echt? Ich nehme das große immer mit ins Studio. Echt? Zum Duschen. Ja, genau, das große zum Duschen, das kleine für Geräte. Ja, ja, das ist eine gute Taktik. Weil das große ist halt wirklich so ein riesen Saunatuch. Das ist perfekt. Und ich als großer Mensch, die meisten normalen Badehandtücher, die passen nicht um mich. Also da ist dann nicht genug Platz, dass ich die doch festbinden kann. Dann ist das immer super awkward. Und das große Handtuch ist super geil. Mega flauschig. Ich würde am liebsten Shades sagen, so kann ich davon noch fünf Stück haben. Ja. Ich bezahle die auch. Aber ich will noch mal diese Riesenhandtücher, weil die sind übel geil. Ja. Genau, und dann rennen wir praktisch in diesen Spa-Bereich rein. Jeder hatte schon die Badehose drunter. Wir ziehen uns aus. Ich ziehe mir praktisch gerade die letzte Socke aus, will in den Pool springen, kommt so ein Center-Parks-Typ. Ja, ihr dürft nicht in den Pool. Ich so, wie wir dürfen nicht in den Pool, Digga? Verarscht mich nicht, hier ist Beach-Party angesagt. Man muss ja dazu sagen, dass wir auch die Ersten da waren. Also du, der Ali, Janik, also unser Bungalow waren die Ersten, die da gewesen sind. Ali, Flo, du, ich, wir stehen schon alle so am Pooleingang, alle nur noch Badehose an, sind schon mit dem ersten Fuß quasi drin. Und dann kommt der Center-Park-Mitarbeiter. Und sagt, nö. Und wir so, wie, nö. Okay, ja, da wird nachts Chlor reingepumpt und wir haben auch keinen Bademeister da, geht nicht. Ja, wir so, du kannst uns doch jetzt nicht erzählen, dass die den ganzen scheiß Spa-Bereich gemietet haben, wir hier in Badehose neben dem Pool stehen und jetzt dürfen wir da nicht rein. Ja, nee, geht nicht, Bademeister. Und ich so, Digga, der Pool ist 1,50 tief, selbst wenn ich mich anstrenge, kann ich da drin nicht ertrinken. Mit dem Chlor kriegen wir schon hin, ich glaube nicht, dass wir jetzt sterben. Und dann haben die sich intern beredet, sind dann nochmal zu mir gekommen und meinten so, eine halbe Stunde und dann sind wir alle in den Pool gesprungen. Das ist ja nice. Dann gab es dann noch Wraps und Currywurst und so, was auch cool war und dann sind wir da ein bisschen rumgeschwommen, wir haben sogar noch eine Pfeife an den Pool gestellt bekommen. Und Getränke haben wir auch noch bekommen. Stimmt, wir haben noch ein Bierchen im Pool getrunken. Ja, true. Ja, und dann sind wir im Außenbereich. Dann sind Flo und ich in Badehose bei minus drei Grad zurück zum Bungalow gerannt. Nur Badehose. Nur Badehose, ich hatte nicht mal Schuh. Flo hatte sogar Slipper, ich nicht. Und dann sind wir schnell zurückgerannt in Bungalow und sind kurz in unsere Sauna, weil die großen Bungalows hatten tatsächlich eine eigene Sauna, auch komplett wild. Da müssen wir auch die Story eigentlich gleich erzählen. Erzähl. Ich bin nachgerannt, aber ich wollte nicht komplett nur in Badehose. Pussy. Nee, habe ich nicht eingesehen. Ich habe mir wenigstens noch Jacke drüber gezogen. Pussy. Alex mag mich gerade besonders gern. Sehr toll. Wie immer. Wie immer. Nee, aber auf jeden Fall zu der anderen Story. Und zwar waren ja in den Bungalows Rauchmelder drin. Und natürlich haben wir nicht in den Bungalows geraucht. Niemals. Weil das wäre natürlich zu gefährlich gewesen. Weil uns wurde noch erzählt, dass die Rauchmelder auch mit der Feuerwehr gekoppelt sind. Dass wenn da anspringt, kommt direkt die Feuerwehr. So, aber in unserem Spa, also Anfangszeit im Spa-Bereich, also in einem sehr, sehr großen Bad mit Sauna, Badewanne und so weiter, Badewanne mit Whirlpool-Funktion, die keiner getestet hat. Stimmt, war keiner drin? Keiner, nee. War auf jeden Fall kein Rauchmelder. So, was waren natürlich die schlauen Jungs am ersten Abend? Sie tragen erstmal alle Möbel vom Wohnzimmer. Wir haben literally die Wohnzimmer-Couch in das Badezimmer getragen. Ey, das hat super gepasst, als ob es dafür gemacht wäre. Wirklich, ja. Hätten wir das stehen lassen können. Die hätten nichts gemerkt. Wir haben wirklich komplette Couch, Sessel, alles Mögliche hochgeschleppt, also Treppe hoch ins Badezimmer rein und haben uns da hingesetzt, haben wir einen Pfeiffer geraucht. Ja. Es war an sich super entspannt. Das ist ja kein Rauchmelder, das muss ja erlaubt sein. Ja, genau. Nur, vor allem, Sandro hat ja sogar noch, hast du mir den Schlauch noch in die Sauna reingehalten? Ja, Sandro saß in der Sauna, ich saß vor der Sauna und hab ihm dann so den Schlauch durch die Tür gegeben und hat Sandro in der Sauna geraucht. Das muss eigentlich auch so ein weirdes Bild gewesen sein, so wo wir drei, Sandro, du und ich in der Sauna saßen und trausten davor und guckten so rein in so ein Zoogehege. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir dann schön da oben geraucht, waren halt auch ein paar Leute und das heißt, das waren nur zwei kleine Fenster und halt die große Schiebetür von der Dachterrasse, die hatten wir leicht auf, die beiden Fenster hatten wir gekippt, also stand schon ein bisschen Rauch drin. So, es war zwar kein Rauchmelder in dem Badezimmer, sondern direkt im Flur davor. Ja, direkt hinter der Tür. Direkt hinter der Tür. Such den Fehler. Kam Sandro halt irgendwann mit Getränken hoch, hat halt beide Arme voll gehabt, hat die Tür aufgemacht und nicht mehr schnell genug zubekommen. Und auf einmal springt das Ding an und alle, richtiger Schockzustand, erst mal am Handy, ist der Rauchmelder, dieses Modell gegoogelt und versucht herauszufinden, wir so, stellt alle Pfeifen raus, stellt alle Pfeifen raus. Das habe ich ja eigentlich schon am ersten Tag versucht, aber nichts gefunden. Das heißt, da an dem Abend haben wir es natürlich allen nochmal gemacht. Wirklich fünf Leute nach diesem Feuermeldermodell gesucht. Und immer, wenn irgendein Ton kommt, alle ruhig. Sind das Sirene? Sie haben, nee, Entwarnung, Entwarnung. Alle die Pfeifen rausgestellt, alle Kohle rausgemacht. Wir schon so, müssen wir jemanden anrufen? Sollen wir jemanden anrufen? Warten wir erstmal ab? Was tun wir? Was ist hier überhaupt los? Holy shit. Help. Sagen wir, dass der Rauch einfach reingezogen ist. Was machen wir? Ja gut, und dann so, so zehn Minuten vergängen, alle noch im Schockzustand, alle rumgoogeln. Wir saßen, wir standen dann alle in diesem Saunaraum, neben dem Sofa, die Pfeifen auf den Balkon gestellt und jeder nur so in Gedanken, was machen wir jetzt? Wir haben alle 50 Storys aus diesem Raum gepostet, dass wir hier rauchen. Wir haben die Möbel hochgetragen, hier stehen zehn Pfeifen vor dem Fenster. Die restlichen drei waren damit beschäftigt, dieses Modell zu googeln und immer wieder zwischendrin Stille und nach Sirenen gelauscht. Wir waren wirklich angespannt. Ja, sehr angespannt. So nach 20 Minuten hat sich die Lage wieder so ein bisschen beruhigt, waren schon die Ersten, die gesagt haben, ja, wenn jetzt keiner gekommen ist, dann wird auch keiner mehr kommen. Ja, aber da war der beste Moment. Dann waren wieder so alle ruhig und in Gedanken und Flo dann so, scheiß drauf, ich hole meine Pfeife. Ja, genau. Dann irgendwann kam so, tragen jetzt die Pfeifen halt wieder rein, machen weiter. Aber wir haben noch eine neue Regel eingeführt, das heißt, du dürftest nur noch über die Dachterrasse reinkommen. Genau, weil die Dachterrasse ging auch in den Flur und in den Spa-Bereich. Und das heißt, wir haben von Flur zu Spa-Bereich die Tür, wo der Feuermelder da vorging, haben wir immer zugelassen und sind dann immer über die Terrasse in den Spa-Bereich. Ey, man muss schon sagen, gestern hat jemand im Chat geschrieben, das klingt wie eine geile Klassenfahrt und eigentlich war es auch genau das. Das war genau das. Eine Klassenfahrt mit Shisha-verrückten Idioten. Also vor allem auch unser Bungalow, was wir damit innerhalb von zwei Tagen gemacht haben, das ist eigentlich auch nicht mehr feilig. Aber man muss fairerweise dazu sagen, wir haben alles wieder runtergetragen, wir haben alles wieder aufgeräumt. Ist nichts kaputt gegangen, alles sauber gemacht. Aber allein, dass keine Möbel mehr im Wohnzimmer standen, zwischendurch standen, du, Ali, Yannick da unten haben VR gezockt. Ja, Mann. Weil Zuzi hat ja auch eine Orchilles und er hat die mitgebracht und ich habe meine mitgebracht und Ali wollte das die ganze Zeit schon mal probieren und dann haben wir Ali und Yannick gegeneinander Beat Saber spielen lassen, dass er so wird. Das werde ich auch nochmal in meinen Vlog reinpacken. Der kommt übrigens noch. Ja. Wann kommt der? Weißt du, kannst du schon ungefähr... Okay. Ja. Genau wie Russland. Halt die Klappe. Ich könnte eigentlich jetzt, wo die Hooker Club Show ausfällt, den als meine Memoiren an Russland vor zwei Jahren. Ja. Reimt sich sogar. Wunderbar ist das. Wobei ich nicht weiß, ob ich gerade Russland-Content bringen will. Übrigens, das können wir vielleicht auch ganz kurz anschneiden. Krieg in der Ukraine, Russland, Angriffskrieg gegen Ukraine. Haben wir eine klare Meinung zu? Krieg ist scheiße. Also ohne jetzt den Konflikt an sich weiter zu bewerten, wo wir auch eine Meinung dazu haben, aber das ist halt unsere eigene Meinung. Krieg ist scheiße, sollte nicht sein. Wenn unschuldige Menschen da sterben müssen, ist das einfach komplett für den Arsch. Sowas im 21. Jahrhundert ist absolut nicht vertretbar. Komplett beschissen. Wollen wir aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir sind beide politisch ein wenig interessiert, würde ich sagen, aber kennen uns beide nicht so gut aus, als dass es uns zustehen würde, hier irgendwie die Situation in einem Podcast zu bewerten und zu beschreiben, den dann potenziell tausende Menschen hören. Da muss sich jeder seine eigene Meinung in seinen Lieblingsmedien bilden und das soll eher ein Zufluchtsort sein, wenn man mal ein bisschen nicht mit diesem Thema bombardiert werden will. Wenn man das möchte, gibt es dafür deutlich bessere Quellen als den Shisha-Cast, aber als Statement Krieg wird von uns auf jeden Fall komplett verurteilt. Sowas im 21. Jahrhundert ist, als ob die Menschheit wirklich nichts aus ihrer Geschichte gelernt hätte. Einfach nur dumm und wenn unschuldige Menschen sterben, ist das mit nichts zu entschuldigen. Ja, also es hat auch nichts mit keinem Interesse an der Situation zu tun. Da möchte ich auch noch mal kurz dazu sagen, bei mir läuft eigentlich durchgehend irgendein Livestream, was Nachrichten angeht, einfach weil es mich interessiert. Ja, weil es auch jeden Morgen und jeden Abend. Das wird einfach zu schnell abgetan, so wenn du nicht über das Thema redest, interessiert es dich nicht oder ist dir scheißegal, das ist auf jeden Fall nicht so, sondern es soll einfach hier ein Zufluchtsort für Leute sein, die auch mal abschalten wollen. Also ich merke das selber, ich beschäftige mich extrem viel damit und es erdrückt dich auch, finde ich, von der mentalen Seite her einfach. Safe. Also gerade mit den Atomwaffendrohungen und Co. ist das schon so ein dauerhafter Hintergedanke und da geht man auch einfach kaputt ran, wenn man das mal nicht zwei Stunden an einem Tag irgendwie verdrängen kann. Genau. Sei es durch Sport oder durchs Hören von einem Podcast und deswegen wollten wir dann nur jetzt gerade mal, weil es zu der Stelle gepasst hat, die zwei Sätze sagen und damit war es das aber auch. Ein kleiner Hinweis noch, es gibt sogar eine kleine Aktion von Hukain, die bringen einen Lit-Lib in gelb und blau raus, der sehr, sehr schön aussieht, wo dann noch die Blogger-Logos drauf sind, der gesammelte Erlös wird dann an die Ukraine gespendet, an Hilfsorganisationen, die da vor Ort sind. Auch eine sehr, sehr Aber der wird wahrscheinlich ausverkauft sein in dem Moment, wo die Folge online kommt. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen einen Tag auf, wo der Release ist, drei Stunden vorher, der wird wahrscheinlich am gleichen Tag noch ausverkauft sein. Ja, bin ich mir eigentlich sicher. Ja, deswegen. Aber trotzdem eine sehr, sehr coole Aktion von Hukain, was da auf die Beine gestellt wurde. Definitiv. Gut, okay. Also, Shisha Winterland war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Eine coole Klassenfahrt mit Shisha-verrückten Leuten. Viele coole neue Produkte gesehen. Einiges angeteasert bekommen, worüber wir noch nicht reden dürfen. Aber das wird man bestimmt noch in den kommenden Episoden vom Shisha-Cast dann hören. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Yes. Und dann ging es Sonntag heim. Genau. Und Sonntags war noch was anderes. Und zwar der Superbowl. Superbowl Sunday. Und da war ich ja wirklich noch geschockt drüber, dass du an dem Abend noch was Richtiges machst, in Anführungszeichen. Du hast ja, glaube ich, noch Tia eingeladen, der war am Start. Wart noch bei KFC und wolltet euch zusammen den Superbowl angucken. Ich hing zu Hause auf der Couch und so halbtot wollte ihn auch noch gucken. Aber ich bin auch irgendwann, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, im dritten Viertel bin ich komplett weggepandt. Ja. Und meine Freundin kam dann irgendwie kurz vor Ende zu mir, weil sie dann gegangen ist. Sie hat noch gelernt bei mir und hat mich dann geweckt. Perfekt. Ja, genau. Also ich hatte mit Tia abgemacht, dass wir, ich hatte noch vorher kurz überlegt, ob ich den bei Basti gucke, aber Basti musste montags um acht arbeiten. Das wäre sehr, sehr ätzend gewesen, da irgendwie bis fünf Uhr Superbowl gucken und dann drei Stunden schlafen und dann halt noch mal fünf Stunden heimfahren von München aus. Deswegen haben wir das gecancelt und dann habe ich Tia gesagt, also ich gucke bei mir und wenn du Bock hast, können wir auch sehr, sehr gerne zusammen gucken. Und dann ist Tia vorbeigekommen und bei mir gehört zum Superbowl einfach KFC dazu. Das ist einfach Ritual, das muss so sein. Läuft der Superbowl, gibt es bei mir eine ordentliche Portion Hot Wings. Und genau so hatten wir das dann eben auch wieder für den Abend geplant. Haben also geguckt, welcher KFC bei uns in der Nähe oder bei mir in der Nähe schön lange auf hat. Das war einer in Frankfurt, der hatte, glaube ich, bis 24 Uhr auf und um 0.30 Uhr sollte ja dann der Superbowl losgehen und dann sind wir, glaube ich, um 11 Uhr losgefahren zum KFC, weil wir dachten ja, auf die Idee sind bestimmt noch viele andere Leute gekommen. Und dann hatte mir mein Papa vorher geschrieben, es gibt das Superbowl Bucket Angebot. Da dachte ich mir, Superbowl Bucket, das hört sich doch nach einem Angebot für den guten Marvin an. Dann gehen wir rein. Dann sind wir zu KFC gefahren, fahren an den Drive-In-Schalter und sehen ein Plakat für diese Superbowl Buckets. Die gab es mit den Crispys und mit den Hot Wings. So, und dann dachten wir uns, ja, da nehmen wir jeweils ein. Ja. Und dann fahren wir, dann geben wir unsere Bestellung auf, fahren um die Ecke und dann steht zum ersten Mal ein Schild, wo der Preis dabei stand. Ein so ein Bucket hat 40 Euro gekostet. Bitte was? 40 Euro. Und wir haben zwei bestellt. Ich habe an diesem Abend 80 Euro bei KFC ausgegeben. Und dieses tolle Angebot war eigentlich gar kein Angebot, weil das war der Normalpreis. Und normal kaufst du ja nie was zum Normalpreis. Bei so Fast Food Dingen nimmst du irgendwelche geilen Coupons und sparst wenigstens 20, 30 Prozent. Gibt es da bei KFC sogar auch. Ja, bei KFC auch, genau. So, aber war nicht. Also im Endeffekt war das Normalpreis. Ich kam mir auch wirklich verarscht vor. Ich habe auch, glaube ich, acht Storys zu dem Thema gemacht, noch im Drive-In. Habe gesagt, ich bin jetzt Großaktionär bei KFC bei den Preisen. Also, da... Wie viele waren da drin denn dann? Bei den Hot Wings waren es 50 und bei den Krispys waren es 30. Man muss auch dazu sagen, wahrscheinlich hätte uns ein Bucket gereicht, dann wären es 40 Euro. Auf zwei Leute wären es zwar nie pro Kopf. Viel günstiger komme ich, ehrlich gesagt, eh nicht aus dem KFC raus. Aber wir wollten halt so ein richtiges Fast Food Feast haben zum Super Bowl. Ja, vor allem muss man ja noch dazu sagen, du hast ja noch ein sehr, sehr cooles Paket von Candycom bekommen, anlässlich des Super Bowls, wo ich an dem Box-Event auch nochmal kurz reingeschaut habe und selbst da waren noch sehr, sehr geile Sachen drin. Ja, also da waren wirklich viele geile Sachen drin. Auch meinen... Also erstmal Werbung, das Paket wurde mir zur Verfügung gestellt und es gibt auch tatsächlich den Rabattcode SWG10 bei Candycom. Gibt's? Gibt's, ja. Ach krass. Kannst du dir bei dem bestellen, jetzt kannst du 10% sparen mit SWG10. Ja, und da waren sehr viele geile Sachen drin. Reese's, Hershey's, alles wild gemixt. Waren deine Brezeln drin? Äh, nicht die, die ich sonst immer habe, aber andere. Okay. Die waren auch sehr geil. Aber ich hab tatsächlich einen neuen Favorit. Das waren so, ähm, wie soll man das sagen? Das war, ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll und ich weiß auch leider nicht mehr, wie die hießen. Das waren so, so Gebäck-Dinger. Okay. Also es sah aus wie so eine Schupfnudel, aber halt eher aus so einer Konsistenz wie Chips. Und das mit, äh, Cheddar-Cheese. Oh, shit. Und noch ein bisschen mit Jalapeno mit dabei. Und das war übertrieben lecker. Und die Packung war auch tatsächlich relativ voll und so. Also die waren, Aber nicht Cheetos, oder? Nee, nicht Cheetos. Aber es ging schon so in die Richtung von Cheetos. Ich weiß gerade leider nicht genau, wie die heißen. Ich gucke mal nebenbei. Vielleicht, ja, hier, das sind die auch direkt. Von Hers, also so wie Him und Her, nur mit zwei R, Crunchy Cheese Sticks Jalapeno. Die waren das. Kostet fünf Euro die Packung, aber die würde ich mir tatsächlich jedes Mal wiederholen, weil die waren wirklich unglaublich lecker. Am Anfang dachte ich, hm, gar nicht so beeindruckend. Je mehr ich gegessen habe, umso süchtiger wurde ich danach. Und die Packung ist scheiße voll. Also das meint man nicht. Also die ist schon nur so knapp über die Hälfte voll, aber dadurch, dass das halt nicht Chips sind, wo da so übel viel Platz dazwischen ist, waren halt einfach von der Anzahl von Cheese Sticks, die da drin sind, waren es halt übertrieben viele. Und die waren wirklich geisteskrank lecker. Also die werde ich mir, ich versuche ja im Moment nicht so viel zu naschen und nicht so viel Zuckerzeug zu trinken, aber wenn es dann mal wieder reingeht, dann auf jeden Fall mit den Dingern. Dann bestelle ich mir hier direkt 10 von, dann hast du einen Fuffi, sparst du nochmal 5 Euro mit SWG 10. Also auf die Dinger gehe ich auf jeden Fall wieder, weil die waren geisteskrank gut. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Welche auch mal probieren? Also Hers Crunchy Cheese Sticks mit X am Ende Jalapeno. Die waren wirklich übertrieben geil. Ja, da war aber auch viele andere leckere Sachen. Ja, und dann haben wir da gesessen, haben unsere KFC Wings gefuttert, unsere Crunchies von KFC gefuttert. Ich habe dann danach noch meine Cheese Sticks geschnappt und dann haben wir Super Bowl geguckt und ich war wirklich übel motiviert. Wie viel ist übrig geblieben von den zwei Buckets? Ich habe am nächsten Abend mit meinem Papa nochmal ein komplettes Backblech in den Ofen geschoben. Was? Das heißt, wir haben die Hälfte gegessen. Krass. Also hätte wirklich einer gereicht. Ja, ein Bucket hätte wirklich gereicht. Ja. Ich habe am nächsten Abend, ich hätte es meinem Papa erzählt, dass es so viel über ist, der meinte so, ich komme vorbei. Ich so, ja, komm wirklich vorbei. Hab wirklich ein komplettes Backblech nochmal voll mit Krispys und Wings gemacht. Übrigens funktioniert das saugut mit KFC-Zeug, ne? Also relativ low heat, um mal die Shisha-Analogie zu benutzen, in den Ofen einfach so wirklich langsam warm machen für eine Viertelstunde und dann sind die wieder richtig geil. Krass, muss ich mir merken. Ja, jetzt habe ich Bock auf KFC, perfekt. Dann muss ich dir einen Tipp geben und zwar bei, jedenfalls bei mir in Outlook kann ich bei Lieferando Crunchy Fried Chicken bestellen. Ist auch so so Richtung KFC. Ich habe da einmal bestellt, ich habe in der Nacht gekotzt. Ernsthaft? Ja. Ich fand das übel gut. Dann habe ich nochmal mit Flo und Moe da bestellt, als ob ich nichts gelernt hätte. Flo war dead. Was? Ja, und Moe ging es auch nicht so gut. Ich habe die gegessen, habe die zusammen mit meiner Mom bestellt. Ich fand das einmal... Hattest du die Barbecue Wings? Ne. Die musst du nehmen. Das sind Hot Wings mit Barbecue Soße oben drüber. Meine Mom hat die genommen. Die sind so geil. Ich hatte einen Burger und die Hähnchenteile gehabt. Also, es ist dasselbe wie bei KFC. Jeder weiß das. Wenn man sich 15 bis 20 Hot Wings reinballert, hat man am nächsten Tag keinen Spaß an seinem Leben. Und genauso ist das auch bei diesem Crunchy Fried Chicken. Die liefern auch zu mir. Ah, okay. Und wir haben da auch schon bestellt. Ich habe die das erste Mal hier ins Büro bestellt. Da habe ich gesehen, oh, geil, KFC abklatscht. Let's fucking go, Digga. Ich habe nachts noch gereiert. Also, ich muss sagen, ich war super happy. Ich wusste nicht, ob du den kennst deswegen, aber ich fand den lecker. Ja, hat leider nicht so gut gepasst. Ja, gut. Geschmacklich waren die geil, aber du hast am nächsten Tag echt keine Freude an deinem Leben. Zumindest ich. Ja gut, es ist wie Chili Cheese bei Burger King. Das geht. Ja. Da habe ich kein Problem mit. Also, wenn ich mir zwei extra long Chili Cheese reinballer, dann hauler die Waldfee. Aber wenn ich ein, also die, wie heißt es nochmal die kleinen Chili Cheese? Nuggets. Ja. Damit habe ich gar kein Problem. Ja, also, weil oft gibt es dann angeboten, so zwei Chili Cheese, long Chili Cheese. Ja, extra long Chili Cheese. Genau, wenn du die nimmst, dann ist es am nächsten Tag dead. So, dann ist es tot. Aber die andere Frage. Du musst mir halt auch sagen, dass das sechs Patties sind. Ja. Also, zweimal drei auf jedem Burger. Dann nochmal ordentlich Chili Cheese Soße drüber. Also, da hast du wahrscheinlich deine 150 Gramm Fett. Darüber wollen wir gar nicht reden. Nee, weiß auch nicht. Nicht bei Burger King. Gut, dass wir diese Folge über KFC und Burger King reden und in der nächsten Folge über unseren Sportfortschritt reden wollen. Aber hast du den Super Bowl durchgehalten? Also, natürlich. Ja? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Das war so ein Reinvoll, ey. Aber ich war auch wirklich so fertig vom Wochenende. Wir haben halt echt nicht viel geschlafen. Auf keinen Fall. Dann sonntags noch die nervige Heimfahrt mit immer wieder Stau und wieder fahren und wieder Stau und wieder fahren. Es war wirklich ekelhaft. Und dann war ich abends so motiviert, da haben wir uns so vollgefressen mit KFC und dann ging der Super Bowl los und ich war schon so nach dem ersten Quarter so, Tia, wenn ich einschlafe vor der Halbzeit-Show, bitte weck mich. Und ich bin eingepennt vor der Halbzeit-Show. Vor der Halbzeit-Show, krass. Dann hat mich Tia geweckt, dann habe ich die Halbzeit-Show geguckt, bin fast wieder eingepennt und habe gesagt, Tia, sei mir nicht böse, aber ich muss ins Bett gehen, das bringt einfach nichts. Wenn ich hier liegen bleibe, schlafe ich in zwei Minuten wieder ein. Und dann bin ich hoch ins Bett gegangen, habe ich Bett fertig gemacht, habe ich ins Bett gelegt, habe den Super Bowl nochmal angemacht, habe so die Hälfte noch vom dritten Quarter, ich habe noch mal zehn Minuten geguckt, bin wieder eingepennt. Ja, gut. Und dann habe ich am nächsten Tag habe ich halt morgens nochmal entspannt nachgeguckt, weil ich montags eh komplett tot war, habe ich mir montags sozusagen freigenommen, weil wir das ganze Wochenende unterwegs waren und dann habe ich montags in Ruhe nochmal den Super Bowl nachgeguckt. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Wochenende. Ja, definitiv, da war einiges los, ey. Und wo auch einiges los war, ist in der Shisha-Szene. Ja. Und als erstes würde ich sagen, gehen wir mal da drauf ein, was wir ganz am Anfang in unseren Setups schon ein bisschen angeteasert haben. Und zwar kamen passend heute Morgen vor der Aufnahme vom Shisha-Cast noch die neuen Must-Have-Sorten bei mir an. Drei neue Sorten sollen kommen, einmal Blarry, das ist eine Brombeere, zum Vorbestellen. Ah, zum Vorbestellen. Noch nicht zum Kaufen. Ach so, okay. Ich dachte, die sind schon am Start. Nee, zum Vorbestellen gibt es die, soweit ich weiß. Dann gibt es noch Team Orang, da kann man sich Orang, Orange, 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 Orange. Das ist von Kirsche jetzt auf Orange. Orange. Jeder weiß, dass man das so ausspricht. Genau, also eine Orange und es gibt auch noch den Patch, das soll ein Pfirsich sein. Yes. Du hast dir den Blarry, also den Blackberry gebaut. Ich hab dir den Blackberry gebaut mit einem anderen Band-Mix noch dazu. Was ist so dein Ersteindruck? Übertrieben geil. Also wirklich übertrieben geil. Also ganz ehrlich, wenn Kiwi Smoothie nicht so legendär wäre, dann wäre der Blarry jetzt instant mein Favorit. Also wirklich super, super krasse. Ich weiß nicht, ob der Blarry bei mir den Pinkman noch Raub löst auf zweiter Stelle. Also zwischen den beiden ist schon eng, weil Pinkman ist schon wirklich auch eine legendäre Sorte. Ich glaub, Blarry, also man muss halt gucken, ich hab ihn jetzt zum ersten Mal im Kopf und man weiß nie, beim ersten Mal beeindruckt dich vieles, aber ob du es in vier Wochen noch regelmäßig rauchst, ist dann immer nochmal eine andere Frage. Ich muss sagen, ich hab den ja mal mitgebracht bekommen aus Russland in 125 Gramm oder was die da drüben machen, 150 Gramm. Ich glaub 125 und 250. Nee, dann 125 und der war sehr, sehr schnell weg. Also ich hab den auch sehr gerne benutzt und hab mich auch extrem gefreut, als ich gesehen hab, dass er nach Deutschland kommt. Also der wird auch auf jeden Fall mindestens Platz bei mir sein, aber ich denk, Pinkman wird er nicht ablösen, weil Pinkman zu geil zum Mischen ist. Aktueller Stand, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der in meine insgesamt Top Ten kommt. Also ich find den wirklich geisteskranke Decker richtig süß, bärig, vollmundig und da haben Bären ja oft Probleme, dass sie dann eben nicht so überintensiv sind, aber saugeiles Ding. Und du hast die auch eingebaut, ne? Genau, ich hab ein Team Orange. 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 Also die Orange hab ich mir gebaut, hab den gemischt bei mir im Kopf mit Queezmove und einem Schusstraube und die Orange kommt sehr, sehr dominant durch, muss ich sagen. Also die anderen beiden Flavor Das hat mich grad so, kennst du dieses, den Apo Red Sound? Diesen TikTok Sound von, der kommt sehr, sehr böse. Und du warst auch gerade sehr, sehr. Ne, also der kommt schon sehr, sehr, also sehr, krass penetrant drüber, finde ich. Also ich hab, glaube ich, 50% von dem drin, die anderen beiden jeweils aufgesplittet. Finde ich es aber oft so bei Orange. Ja, aber hat mich, also ich find's trotzdem immer interessant, wie sie dann rüberkommt. Also ob sie dann wirklich so intensiv ist, wie sie auch riecht, weil die hat schon sehr, sehr krass gerochen. Und geschmacklich muss ich sagen, wenn ich Orange rauchen würde, oder mal einen Kopf Orange rauchen würde, dann wahrscheinlich den von Must Have. Einfach, weil der noch so eine geil säuerliche Note mit drin hat, nicht zu süß, also er ist schon süß, aber nicht so dieses nur süße, sondern mit einer leicht säuerlichen Note. Und Marv hat's vorhin schon ganz gut beschrieben, geht so ein bisschen in die Richtung von Strong Orange von Sumo früher. So mit dieser säuerlichen Beinnote. Ich hab ja einmal, also wir passen immer noch so ein bisschen auf, wegen Corona und sowas, aber ich hab mir mal ein Mundstück geschnappt und nur gezogen. Also da kann ja nichts passieren, ne? Wenn da nur was rausgezogen wird aus der Pfeife, kann ich die ja schlecht während in die Pfeife packen. Selbst wenn, wir sitzen jetzt den ganzen Tag nebeneinander, rauchen uns an. Ja, bei uns ist es eigentlich wirklich eh für den Arsch, weil wenn's einer von uns hat, dann ist eh durch. Egal, wir passen ein bisschen auf, so viel wie man eben aufpassen kann, ohne dass man seine Arbeit einschränken muss. Und dadurch, dass wir halt, ja egal, komm, wir müssen jetzt nicht wieder diese Corona-Diskussion anfangen. Auf jeden Fall hab ich beim Alex probiert und ich war wirklich auch beim ersten Zug so, der erinnert mich total an den Strong Orange von Sumo. Also bin ich absolut bei dir, hat er mich auch direkt dran erinnert. Und der Strong Orange war immer mein absoluter, absoluter, mein absoluter Lieblingsorange und einer der wenigen Orangensorten, die ich auch rauchen kann. Weil normal bin ich bei so Orange, Mandarine und sowas sehr schnell raus bei Shisha-Tabak. Aber auf den bin ich jetzt tatsächlich gespannt. Ja, ich glaub, so mit säuerlichen Beinoten wie zum Beispiel so ein Queez-Move, ich find den Mix echt gut. Also ich könnt den auch direkt eigentlich nochmal bauen. Also ich würd mir gleich gern mal den Blackberry noch probieren. Also noch, was heißt probieren? Ich würd den gerne nochmal rauchen. Du hast einfach Bock den zu rauchen. Sag doch wie es ist. Ich würde den auch mal probieren, damit ich noch eine Meinung dazu ausgeben kann. Ja, ja. So ist das. Nee, aber die Orange, ich könnt mir schon vorstellen, dass die öfter bei mir läuft jetzt. Ja. Also ich bin gespannt, ich muss den auch nochmal Pool rauchen und nicht nur einen Zug bei dir probieren, aber erster Eindruck, Solide. Genau. Zum Patch kann ich auf jeden Fall noch nichts sagen. Ich hab den doch nicht davor geraucht und jetzt die neue auch noch nicht. Du glaub ich auch noch nicht. Nee, ich auch noch nicht, aber ich werd mir den für die Folge 25, die wir gleich noch im Anschluss aufnehmen, anmachen und dann, ja, bis dahin habt ihr bestimmt auch was auf YouTube, Insta, Pipapo dazugehört, aber dann den testen wir auf jeden Fall nochmal in der Folge 25. Yes. Ansonsten News, und zwar es gibt einen neuen Kohlehersteller auf dem Markt, das ist relativ neu, und zwar Brennstoff ist auch mein neuer Kohle-Partner, also ich bin da gewechselt einfach nur, weil ich davor schon die ganzen Prototypen hatte, also ich hab im Verborgenen, also Off-Cam schon ... Hast du uns was verheimlicht, Alex? Nee, also ich find, da vielleicht auch ein bisschen weiter rausholen, ich find das immer besser, grad sowas wie Kohle, vorher einen längeren Zeitraum zu testen, bevor man das an die Community weitergibt, einfach nur um sagen zu können, ob man dahinterstehen kann oder nicht. Und bei Brennstoff ist es wirklich so, ich hab da jetzt die 26er, ich glaub im November letzten Jahres das erste Mal probiert, hab die dann bis Januar, Februar getestet, war durchweg eigentlich sehr, sehr zufrieden damit, sowohl auf der Turbine als auch auf der, auf dem normalen Anzünder, ich bin ja wieder gewechselt auf dem Blazer und gar keine Probleme. Ein, zwei Mal sind natürlich welche gebrochen, aber das ist normal bei Kohle. Gut, du hast bei Kohle immer den Zwiespalt. Wenn du willst, dass die Kohle besser hält und nicht bricht, packst du mehr Stärke rein. Je mehr Stärke du reinpackst, umso mehr stinkt die Kohle beim Anmachen und potenziell auch noch ein bisschen danach. Genau. Da hab ich aber, was bei Brennstoff, was bei mir auch so ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich mit den Leuten dahinter, also das Ganze läuft über Shisha-World und dass ich da einfach, dass ich die Möglichkeit habe, da auch ein bisschen mitzureden. Das heißt, dein Feedback und deine Meinung wird tatsächlich auch mit Wert beachtet. Genau. Das heißt, ich hab auch gesagt, so für mich persönlich würde ich vorschlagen, lieber mehr Stärke drin, lieber stinkt die, weil ich und ich würde behaupten, dass 60, 70 Prozent bestimmt die draußen anmachen, wo man es nicht riecht. Richtig. Würde ich eher sagen, zumindest nicht im selben Raum, wo man raucht. Das ist so oder so eigentlich eine Grundregel beim Kohle anmachen. Eben. Und da hab ich gesagt, lieber das, lieber hält die besser und stinkt dafür ein bisschen mehr. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Und was auch noch dazu kommt, ich hab gesagt, ich hätte gern noch 27er, hab ich ihn ein, zwei Mal getestet, fand ich cool von der Benutzung her, weil du hast, wenn die an sind, hast du 26er komplette und die halten die halt einfach besser. Ist einfach so. Und da war auch sehr, sehr schnell, also noch bevor ich das bekannt gegeben habe, war noch ein Sample von 27ern bei mir umstattet, die ich testen konnte. Und deswegen, also da muss ich sagen, bin ich super happy mit der Kooperation. Einfach auch so, diesen Austausch zu haben, finde ich super wichtig. Und ja, seitdem bin ich da jetzt auch mit am Start. Ja. Also ich hab ja noch, als es kurz diese Gerüchte gab, dass es jetzt bald keine Kohle mehr gab, hab ich mir ja auch spontan 120 Kilo Black Coco bestellt. Ich hab alles leer bestellt, was Shisha Union an Black Coco hatte. Das heißt, ich brauch wahrscheinlich dieses Jahr gar keine Kohle mehr. Ja. Aber wir hatten tatsächlich, also ich hab auch schon Erfahrung mit Brennstoff gemacht, weil die waren ja der Kohle-Sponsor vom 100k-Stream. Ja. Und da war ich eigentlich auch absolut zufrieden. Also ich glaub, eine ist mir gebrochen von, weiß ich nicht, wie viel Kohle ich an dem Tag gebraucht habe. Und ich weiß auch nicht, also ich hab jetzt kein, ich hab zumindest kein negatives Feedback von den ganzen Gästen bekommen, die ja auch mit Brennstoff den ganzen Tag geraucht haben. Was ich super wichtig fand, weil mich das davor immer mal gestört hat, mir ist bisher noch keine einzige Kohle im Aufsatz ausgegangen. Gut, aber gehen die andere Marken, brauchst du ja fast nur Nagrani. Ja. Sind dir da andere ausgegangen? Eins, zweimal ist mir da auch eine ausgegangen, ja. Okay, krass. Mir ist literally noch nie eine Kohle im Nagrani ausgegangen. Im Kalaut passiert das manchmal, wenn die nicht 100% on point ist, aber im Nagrani. Und was heißt komplett ausgegangen? Da war halt wirklich so drei Viertel der Kohle war halt noch schwarz. Also diese schwarze Umrandung, wo dann eine Seite komplett durchgebrannt ist, weißt du? Ja, man kennt's. Ja. Aber, ja. Auf jeden Fall bist du ja jetzt happy, bei Brennstoff dabei zu sein. Sehr gut. Das ist auch sehr gut. Weitere News, ist auch ein bisschen verspätet. Also hätte, ja. Na, was? Hatten wir schon alles? Hatten wir schon. Ah ja. Beim Alex ist ein Ocean-Paket angekommen. Das hatten wir ja letzte Folge in der Mose-Folge schon gehabt. Sag das doch mal. Steht das denn auf unseren Showdowns? Weiß ich. Ich hab das gerade erst gelesen. Da rettet er mich nicht. Guckt er mich an und schüttelt mit dem Kopf und ich so, was willst du mir sagen, Junge? Ja, Alex. Das Ocean-Paket bei dir. Bei mir ist nur ein Ocean-Paket angekommen. Mit was denn? Und zwar hab ich bekommen die KFS 2. Zwar verspätet, aber haben gesagt, hier, probier mal, wie du so findest, weil ich natürlich auch viel Mose rauche. So auf den Stil halt, kleine Steckpfeifen, das super draufstehe. Ist halt mein Favorit. Und ja, ich muss sagen, bei Ocean hatte ich eventuell ein bisschen Probleme mit dem Zusammenbauen. Echt? Ja. Ja doch, ich weiß auch noch, als ich das erste Mal ankam, war ich auch erst mal so, do I need to study the rocket science, bro? Und da hab ich dann erst mal im Paket die Anleitung gesucht, aber als es dann lief, war cool. Ja. Es ist auch nur beim ersten Mal der Struggle und dann weißt du, wie es zusammengebaut wird und dann ist alles gut. Was ich so als erstes Feedback sagen kann, ist, Plow finde ich einfacher als bei der Priest 2. Also das Ausblasen. Du meinst das Entlüften, wie stark man pusten muss. Ja, also vom Aufwand her ist es einfacher, aber designtechnisch her muss ich sagen, finde ich die Mose einfach besser. Also so was, was so, gerade so die Tellergröße stört mich bei Ocean sehr, weil der doch sehr, sehr groß ist im Vergleich. Das ist auch das Einzige, was ich an der Optik wirklich bemängeln kann. Ja. Der Teller ist mir auch zu groß. Genau. Und du rauchst ja sogar die Breeze nur mit dem kleinen Teller. Dann ist das natürlich noch, also dann ist der ja doppelt so groß. und das ist so ein Punkt, der mich stört. Ansonsten, Solide Pfeife ist dann im Endeffekt einfach Geschmackssache. Ich finde halt, ich empfehle meistens eher Mose, einfach nur, weil du da viel mehr Möglichkeiten hast, was Individualisierungsmöglichkeiten hat. Ja. Man muss sagen, bei der Ocean gibt es natürlich auch sehr, sehr schöne Colorways. Auf jeden Fall. Und auch viele Kombinationen. Aber ja, also bei mir ist, wenn mich jemand fragt, soll ich mir die KFS oder die Mose Breeze 2 holen, sag ich meistens, überleg dir, ob du das mit mehreren Blowoffs umstellen brauchst, oder ob es dir reicht, wenn du das alle paar Wochen mal umbaust und dann einen neuen hast, weil ich weiß, wie es bei mir ist. Wenn ich die Ocean mal im Stream rauche, dann mache ich das gerne, dass ich auch mal umstelle, um es zu zeigen. Aber ich privat, ich baue weder meine Breeze oft um, noch stelle ich meine Ocean oft um. Ich habe die meistens auf dem Blowoff, den ich am schönsten finde. Und da bleiben die dann meistens monatelang, bis ich sie irgendwie mal wieder komplett grundreinige und wirklich jede einzelne Kugel schrubbe. Und dann denke ich mir manchmal so, ja gut, jetzt hat es ja drei Monate Teller Blowoff, dann machst du jetzt mal irgendwie den nach unten. Und jetzt habe ich gerade den nach unten und der ist auch schon wieder, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Monate oder so und irgendwann mal wieder. Aber das ist immer so mein Punkt. Überleg dir, ob du das Umstellen wirklich brauchst oder ob es dir reicht, dass du es dann eh alle paar Wochen einmal umbaust. Obwohl das bei mir sogar anders ist, muss ich sagen. Also seitdem ich die Ocean, die Stimulation Pro X Mini mittlerweile habe, bei denen merke ich echt, dass ich oft umstelle. Bei der Pro X Mini ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich die oft umstelle. Die stelle ich echt oft um, aber bei Preece ist es genauso wie bei dir. Dann bin ich einfach viel zu faul zu sagen, ich baue jetzt die komplette Pfeife um. Also dann ist halt der Blowoff erst mal so. Das ist cool, dass man das alle paar Monate mal machen kann. Dann fühlt es sich auch wieder ein bisschen neu an. Aber es ist jetzt bei mir auf jeden Fall nicht so, als würde ich nach jedem Kopf die Pfeife auseinander bauen, um die dann umschrauben zu können. Deswegen, das ist meistens so mein Punkt. Ich muss sagen, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, dann wäre das bei mir auf jeden Fall auch Mose. Kann auch gut sein, dass das halt einfach auch wegen der Sympathie zwischen Moritz und mir ist, dass man da irgendwie sich verbundener fühlt zu dem Produkt, will ich gar nicht abstreiten. Aber overall, gerade mit der Edelstahlbase, über die wir ja in der letzten Shisha-Cast-Folge geredet haben, ist das, also für mich ist es eher die Breeze, aber ich rauche auch sehr gerne die Kaifest 2 oder Second Edition. Ja, genau. Ansonsten war bei mir noch eine neue Pfeife am Start. Und zwar war ich letztens noch zu Besuch bei Alladin gewesen, in Wiesbaden und ich habe ein oder zwei Tage vorher bei dir ein Pfeifchen geraucht und du hast ja zu Hause die Epochs 360 stehen in der Copper Edition mit Frozen Ball und weißem Sleeve. Ja. Und ich habe diese Pfeife gesehen und ich fand die so schön, ich habe im gleichen, ich habe die bei dir angemacht und im gleichen Moment noch Jonas geschrieben, Jonas, wenn ich morgen vorbeikomme, leg mir bitte diese Pfeife zurück. Weil ich habe zwar auch eine Epochs zu Hause in Stainless Steel mit einem Universe Sleeve ist es glaube ich, also dieses Pfeife. Das ist auch sehr schön. Das ist auch cool, aber ich finde diese Copper Frozen Variante, ey das ist... Das ist der schönste Colorway, den Alladin jemals gemacht hat. Ich muss auch sagen, der Alladin, der Alladin, der Jonas hat komplett übertrieben. Er hat halt gefragt, ob ich Bock hätte ein Video zu der Pfeife zu machen, ob er vorbeikommen könnte, mir die mal zu präsentieren. Weil ihr wisst ja, bei mir ist es immer so, ich teste das Produkt erst, wenn ich es geil finde, mache ich gerne ein Video zu, ansonsten muss ich euch das gar nicht zeigen. Ich will euch nicht sagen, was ihr nicht alles nicht kaufen sollt, sondern gebt euch lieber gute Tipps, was man sich kaufen könnte, wenn man gerade was sucht. So und dann kam der Jonas vorbei und der hatte sechs Epochs 360 dabei. Und der kommt mit diesen Kartons rein, ich war so, Jonas, was ist mit dir? Ist es dein fucking Ernst? Anna war an dem Tag da, dann saßen wir zu dritt und mussten jede erst mal zwei Pfeifen aufbauen. Und in dem Moment, wo ich die mit der Frozen Bowl, mit der Copper Variante und mit dem weißen Sleeve gesehen habe, war ich so, verliebt, Digga. Einfach verliebt. Und Anna war auch so, wer bist du denn? Super süß. Die ist wirklich wunderschön, die Farbe. Ja, ist krass. Und die habe ich jetzt auch zu Hause, die wird auch sehr, sehr häufig geraucht. Also ich muss sagen, gerade mit Steckball Adapter läuft mal eine Aladin Epochs sehr, sehr häufig bei mir zu Hause. Ich habe die noch, ich habe die im Video, habe ich sie einmal auf der Steckball getestet. Abgesehen davon, habe ich die noch nicht einmal auf der Steckball geraucht. Ach krass. Ich finde, also gerade die Copper Frozen, die ich die ganze Zeit rauche, das ist so ein wunderbares Set. Ich habe da gar nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwelche Steckballs zu holen. Ja, aber ich finde halt, wenn du halt so Caesarballs hast und das dann noch irgendwie mit ein bisschen Sparkle zum Beispiel von X-Shisha, so ein Bronze Sparkle drunter packst. Ich hatte die zum Beispiel letztens auf der Horfrost Mini von Mose gehabt. Ja. Also ich finde, da gibt es schon sehr, sehr coole Sets und ich baue die mir mittlerweile auch sehr, sehr häufig zusammen. Ja. Bei mir zu Hause persönlich. Und man kann auch schon mal teasern, also je nachdem, wann der Cast rauskommt, aber innerhalb diesen Monats wird es auch noch ein neues Modell bei Aladdin geben. Da sind wir doch mal sehr gespannt. Ja. Du weißt schon mehr, so wie du grinst. Ja, ein bisschen, ja. Aber mehr kann ich noch nicht sagen. Ja, verstehe. Vielleicht erfahre ich das ja früher oder später auch noch. Ja, und es gab auch noch was Neues von Mose und zwar hat Mose neue Mundstücke rausgebracht. Das haben wir euch aber ja auch schon ausführlich im letzten Shisha-Cast. Warum hast du das denn alles auf die Liste geschrieben, Mann? Das habe ich nicht draufgeschrieben. Warum ist es dann auf der Liste? Ich habe die aus unserem WhatsApp-Chat rauskopiert. Ja, weil wir das doch rübergezogen haben, weil letzte Folge die Mose-Folge war. Ja, dann muss man das doch löschen. Ja, das habe ich doch nicht gelesen. Wir haben doch vorher die Showdowns gemacht, Mann. Ja, aber ich habe doch die neuen von der 25 geschrieben. Ja, aber wir haben doch auch zusammen die 24 gemacht. Ja, da habe ich schon mal drüber geguckt. Ja, das ist doch mein Punkt. Warum? Weiß ich nicht. Ich dachte, das hättest du gemacht. Gut, was wir euch hoffentlich noch nicht erzählt haben in der letzten Folge ist, dass es eine neue Shisha-Community gibt. Und diese Shisha-Community findet man auf shisha.com. Ich werde da jetzt auch bald starten. Ich habe mir aber noch ein bisschen was anderes überlegt, weil ich mir dachte, okay, es soll eine internationale Community werden. Ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, wie es wäre, auch internationalen Content zu machen und mehr Leute zu erreichen. Die Shisha-Szene wird immer globaler. Gut, Russland wurde jetzt halt hops genommen. Die sind jetzt wieder raus. Aber abgesehen davon kriegt man ja doch immer mehr Einflüsse aus Brasilien, Amerika, Spanien und noch anderen Ländern mit. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich shisha.com als meine erste internationale Plattform handhaben werde und da englischen Content bringe. Bin ich super gespannt, was du da machst. Also ich werde wahrscheinlich meine deutschen Videos mit Untertitel versehen. Vielleicht mache ich auch mal ein paar englische Videos. Muss ich aber mal gucken. Ich habe ja mal, ich habe ja ein paar englische Videos schon gemacht. Ich finde, mein Englisch ist okay. es ist natürlich bei Weipen nicht irgendwie Muttersprache. Mein Verständnis in Englisch ist zwar nahezu perfekt, würde ich sagen, aber ja, ich rede halt nicht oft Englisch und dadurch hake ich da halt manchmal noch. Aber das ist, denke ich, glaube ich, ein cooler Ansatz. Und shisha.com ist praktisch die Antwort auf die Frage, ja, was ist denn, wenn jetzt Instagram, YouTube, Twitch und Co. sagen, man darf nicht mehr rauchen? Dann wäre ja nicht nur A, unser Job weg, sondern auch B, die ganze Informationsgrundlage, die wir über Shisha haben, sagen wir, Facebook sagt im selben Zug auch noch so, rauchen ist nicht mehr. Was macht man dann? Und deswegen haben sich die Jungs von shisha.com eben gedacht, das wäre doch eine geile Sache, wenn wir eine Community haben, die 18 plus ist, wo man sich registrieren muss, das ist nicht komplett öffentlich, es kann jeder beitreten, der über 18 ist, aber man muss halt sagen, jo, ich bin 18, ich habe da Bock drauf und ich will mir da Rauchcontent reinziehen. Und dann passt das halt von den rechtlichen Auflagen her, wenn das vielleicht irgendwann nicht mehr bei Insta und Co., die ja komplett öffentlich und so einsichtbar sind, und dann könnte man eben so die Shisha-Community retten. Ja. Aber ich finde auch, ich bin ja schon ein bisschen aktiver auf shisha.com als du und ich finde, das Tool oder die Seite shisha.com per se ist natürlich aufgezogen wie eine Social Media App, also du hast ein Feed und so weiter und auch Aktivitätsleisten und so. Verschiedene Gruppen. Genau, und darauf will ich mich hinaus und zwar, das finde ich momentan, also Stand jetzt, das coolste Feature an shisha.com, die Interaktion mit der Community in den verschiedenen Gruppen, weil das super gut funktioniert, weil da super viel Feedback kommt. Ich habe zum Beispiel einfach nur mal so relativ am Anfang in eine Gruppe reingefragt, so hier, was ist euer Lieblings-Setup? Einfach nur, um ein bisschen Inspiration zu haben, was ich da mal ausprobieren kann. Da kamen so viele verschiedenste Antworten von Pfeifen, Köpfen, HMDs, wie der Kopf gebaut wird. Der Simon zum Beispiel hat schon ein paar Umfragen gemacht, so, was kann man denn am besten mit Traumminze mischen? Also die Interaktion mit der Community ist Stand jetzt extrem cool, was shisha.com angeht. Da bin ich echt super happy, wie das funktioniert und ist natürlich im Aufbau, ist jetzt noch nicht so viel los wie auf anderen Social Media Kanälen. Ich meine, die haben gerade erst gelauncht, ist klar, dass da nicht eine Million Nutzer drauf sind. Das wird erstmal eine Weile dauern. Für mich ist es ein weiteres Standbein, das ich aufbauen will. Also ich habe ja im Vergleich zu, ich sage mal pauschal euch, Instagram-Leuten, den Vorteil, dass ich praktisch drei Plattformen habe und es könnten praktisch zwei wegbrechen und ich könnte, denke ich, gerade noch von leben. Das heißt, ich bin nicht so bedroht wie zum Beispiel ihr, aber nehmen wir mal an, du machst jetzt Instagram und das ist dein Job oder zumindest dein Nebenjob und Instagram sagt so, ist nicht mehr, dann ist dein zweites Standbein oder dein einziges Standbein einfach weg. Und das könnte natürlich auch, unwahrscheinlich, aber es könnte alles in einem Zug passieren, dass Facebook, YouTube, Instagram und Twitch das alle gleichzeitig sagen und dann hätten wir gar nichts mehr. Und deswegen sehe ich das als weiteres Standbein, das für mich wichtig ist, um Sicherheit in meinem Leben und in meinem Einkommen zu haben. Aber auch, um halt nicht diese Leidenschaft zu verlieren, mit der Community über Shisha-Stuff zu reden. Das kombiniert mit den paar uniken Featuren, die Shisha.com hat, mit demselben Argument kombiniert, man kann mit den Jungs reden, wenn man denen sagt, ey, ich hätte das voll gerne so und so oder können wir das Feature noch einbauen. Ich habe literally noch nie mit irgendjemandem, ich mache fast fünf Jahre jetzt YouTube und wir sind drei, vier Jahre auf Instagram. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe noch nie Kontakt offiziell zu jemandem von YouTube, Twitch oder Instagram gehabt. Ich habe einmal über Umwege einen Community Manager von Insta kennengelernt, mit dem ich auf WhatsApp schreiben kann, wenn was ist, aber das ist auch halt nicht so, als ob ich offiziell mit Instagram kommunizieren kann. Jetzt packt meine Siri aus. Und das ist halt bei Shisha.com ganz anders. Wenn man da sagt, ey, ich hätte übel gerne die Funktion, dass ich die Produkte, die man auf dem Foto sieht, markieren kann, dann können die das umsetzen. Und das ist mega nice. Ja, also da habe ich, mit den Leuten bin ich natürlich auch in Kontakt und da auch schon Feedback gegeben, da wird auch immer nachgefragt, es wird auch sehr, sehr viel auf deine Meinung gegeben und das gerade eben schon wie bei Brennstoff angesprochen, finde ich super wichtig. Das fühlt sich halt einfach gut an, wenn eine Meinung wertgeschätzt wird. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Ja, denke ich auch. Ja, Leute, die Pfeifen sind tot, wir sind bei 1 Stunde 40. Wir haben es ja schon das letzte Mal gesagt, wir stellen da ein bisschen um. Wir machen jetzt immer ein Kopf, ein Cast sozusagen und wir machen uns jetzt ein neues Köpfchen an, starten direkt in die Aufnahme von der Folge 25, damit ihr auch bald wieder die nächste Folge habt, die ihr euch anhören könnt. Kuss fürs Zuhören. Ja, viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs am Start sein. Safe. Und ich werde mir jetzt mal den Must-Have-Mission für die nächste Folge. Ich glaube, ich werde einen Blackberry-Dwings machen. Wichtig und richtig. Jungs und Mädels, Kuss fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge beim Shisha-Cast. Ciao, ciao, ciao.